meine lieben einen wunderschönen guten abend sind wir hier schon beieinander es gibt noch mal ein bisschen jetzt ist mein kopf so ein bisschen weg ich baste gerade noch so hallo ich höre ich sehe hallo aber ich weiß nicht ob ihr nicht könnt ihr mir vielleicht mal ganz kurz mal ein feedback geben ob ihr das seht oder nicht das wäre ganz hervorragend hallo okay hallo ihr lieben hallo hallo liebe kerstin liebe susanne liebe silke liebe ursula sie sind erika hallo 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 ein ganz ganz herzliches hallo auf einmal ist schon wieder so ein monat rum das ist doch verrückt oder und wir nehmen wieder live und diesmal nehmen wir mal komplett andere und zwar machen wir was mit patchwork ich musste ja beim letzten mal live nehmen wir schon so ein bisschen verkneifen ich weiß gar nicht mehr wer sagte könnten wir nicht mal patchwork machen weil ich natürlich wusste dass das jetzt für diesen monat angedacht war und mich innerlich so gefreut habe dass ganz offensichtlich ihr da lust drauf habt ich hoffe dass die projekte die wir uns ausgedacht haben euch auch gefallen wo sind jetzt meine blöcke hin krasse meine blöcke weg aber ich hoffe ihr habt das gesehen was unsere projekte sind und zwar haben wir zum einen den wochen da sein jetzt fehlt der name danke wo gut da der den ich wunderschön auf einem kippen finde ich nähe gerade jetzt ein kilt raus irgendwo liegen noch mal die blöcke ich habe sie gerade irgendwie zur seite geschoben die muss ich gleich mal suchen ich suche die jetzt kleinen moment die muss ich euch zeigen das war ja pfiffig hier bin ich wieder hallo ja also ich nähe den wochen star gerade das wird ein krill das ist ein block nur nur falls jemand nicht weiß wie dieser block aussieht ich nähe den aus essex linnen weil ich das material total liebe und schon ein kilt daraus habe der mir sehr gut gefällt und meine blöcke sind so hier sind noch ein paar farben sind so ein bisschen in diesen farbtönen gehalten viel gelb und aquaton und auch ein bisschen kräftiger ist auch noch mit eingemischt grautöne ich fand das schön wir haben da ein paar set draus gemacht die wandern jetzt auch morgen glaube ich in den shop in diesen farbkombinationen also wer lust hat den wochen star zu nähen sowohl aus der box auf dem cover des schnittmuster sieht man ja so ein bisschen wie das aussehen könnte ja der ist herzlich eingeladen ich mache aber das wie gesagt ein kilt mit mehreren blöcken und er werde dann auch die anleitung dahingehend erweitern für die zuschnittpläne der blöcke ich muss mal ganz kurz gucken hallo 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 da gibt es den gelben stoff noch bei mir im shop wir haben fett porter nur noch im shop davon und zwar in dieser mischung da haben wir diesen gelben noch der kommt aus der amy sinibaly serie mayfair ist das ich mag die total und da haben wir aber nicht mehr viel von und ja ich will mal versuchen ob ich die nochmal nachbekommen kann aber das ist ja immer alles etwas schwierig später nochmal an stoffe heranzukommen aber was wir jetzt beim live nähen machen ist wir machen was mit orange peel ähm das ist ehrlich gesagt eines meiner absoluten lieblings quilt muster und zwar und viel ist in der kult welt total beliebt ich habe sogar stoffe wo dieses orange peel muss da drauf sind das ist eine alte serie von bonnie und camille einfarbig kann man es vielleicht noch etwas besser sehen das hier ist orange peel das ist das klassische orange peel muster das man aus dieser form näht und wie man das macht wie man orange peel näht habe ich in einer anleitung zusammen geschrieben in dieser anleitung findet ihr auch unglaublich viele beispiele wie man wie unterschiedlich orange peel aussieht je nachdem wie man es näht wie wirkt es wenn es wie hier weiß auf dunklem untergrund ist wenn es zweifarbig ist wenn es sehr bunt ist wie sieht das aus wenn man das orange peel quasi aus zwei stoffen zusammennetzt in der längst oder quer also welche effekte sich ergeben sensationell was man mit diesem muster machen kann und ich mag diese form einfach so gerne ich mag diese diese blütenblatt form super 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 gerne jetzt möchte ich erst mal hallo und alle aus dem urlaub angelika hallo ja ich wünsche dir für einen schönen urlaub wir sind ja offensichtlich alle zu hause und du bist da da mir sagt ich suche den so drin ja ich verstehe das ich weiß gar nicht gibt die nicht noch irgendwo ich gucke mal beim stoffsalat die grete hatte die my fair serie meines wissens nach ich werde aber versuchen da noch mal dran zu kommen wie gesagt weil ich den auch so gerne als headquarter wird es den stoff bei uns geben doris schreibt schöne farben hast du ausgesucht dankeschön meinst du jetzt für den woven star oder meinst du für die box ich ja mir waren die danach ich finde diese kombination im moment total schön grau und kräftiges gelb und aqua finde ich total schön das den stoff der dürfte euch bekannt vorkommen jedenfalls diejenigen die schon länger dabei sind der war in der januar box so meine lieben ähm was wollte ich euch sagen ganz grundsätzlich ist das ja unser zweites patchwork projekt erst wir haben erstaunlicherweise bisher patchwork relativ wenig tangiert ähm ich habe so ein paar grundsätzliche tipps vielleicht noch für all diejenigen für die patchwork neu ist gibt es hier menschen die für die patchwork relativ neu ist dann würde ich noch mal so ein ganz klein bisschen ausholen und ein paar grundsätzliche empfehlungen geben wenn euch wenn ihr alle total eingeschworen seid und absolute profis dann würde ich mir das jetzt sparen aber ähm kann ich mal kurz ein kleines feedback haben von euch das wäre total schön bitte hallo britta viel gebrüße nach hamburg so zusammen schreibt noch nie gemacht also auch wenn sich jetzt bitte kein anderer meldet ihr kriegt die nantanja schreibt wie auch ute auch absolut neu alles klar wir holen aus das ist wunderbar und glaubt mir wenn man einmal anfängt mit patchwork man hört irgendwie nicht mehr auf also dann ähm das ist unglaublich also ich finde das ist ähm eine solche spielwiese das ich habe kleine episode als ich meine allererste nähmaschine gekauft habe konnte ich nicht nähen ich bin also in mein geschäft gegangen habe gesagt ich brauche eine nähmaschine ich kann aber nicht nähen und dann wollte mir die dame eine külters edition maschine empfehlen ich habe also gefragt was ist külten ich hatte keine ahnung und sie hat eben erklärt diese patchwork decken nähen und ähm ich habe sie völlig entgeistert angeguckt warum man dafür eine eigene nähmaschine braucht weil wenn man eine decke genäht hat dann hat man ja eine decke wofür braucht man eine zweite ja so naiv war ich mal und heute stürze ich mich mit ähm großer leidenschaft in ähm viele viele patchwork projekte weil ich das also erstens total kreativ finde wie man muster zusammensetzen kann ähm und also gerade dieses spiel mit farben geht natürlich in patchwork so viel mehr als in der tasche da ist man ja an seinen möglichkeiten relativ begrenzt da verwendet man vielleicht so 1,2,3 Stoffe und vielleicht noch einen kontrastierenden Reißverschluss dann ist das spiel schon vorbei ähm bei patchwork kann man so 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 viele Farbkombinationen ausprobieren und Muster und oh ich kann ich könnte für den Rest meines Lebens patchwork decken nähen und ich fürchte das werde ich auch tun glücklicherweise hat bisher noch immer einen ähm Abnehmer gefunden die sind nämlich nicht zuletzt auch unglaublich nützlich diese decken wir als Familie schlafen da im Sommer drunter weil das so angenehm ist vom äh vom Klima her ähm etwas was man grundsätzlich wissen sollte wenn man ans Patchworken geht klassischerweise und ich würde dir auch empfehlen wenn du mehr als ein Projekt nähst das auch für dich einfach zu übernehmen äh Patchwork Schnitte sind in aller Regel in Inch angegeben warum ist das so? Inch ist ähm das amerikanische Maß ein Inch in 2,54 cm ähm das war mir am Anfang absolut fremd ich hab versucht das umzurechnen in Zentimeter und weiter mit einem Zentimeter-Lineal zu arbeiten das endet in einer Katastrophe und deshalb sag ich euch das weil ich euch das gerne ersparen möchte es ist nämlich ähm gerade wenn man Muster akkurat zusammensetzen will eine absolute Unmöglichkeit mit umgerechneten Schnittteilen akkurate Ergebnisse zu erzielen gleichzeitig war mir dieses Inch Maß so fremd weil ähm keine Ahnung da geht's dann los mit ein Viertel, drei Viertel, sieben Fünftel, was weiß ich ähm ich fand das unglaublich schwierig aber ähm ich hab mir überlegt ich veröffentliche jetzt nochmal eine Tabelle auf dem Blog was welches Maß bedeutet wo du dich da auf deinem Lineal orientieren musst damit du ähm zu einem guten Ergebnis kommst um dir diese Hürde vielleicht äh nochmal zu nehmen und ansonsten würde ich dir den generellen Tipp geben kauf dir ein Petrock-Lineal in Inch und arbeite von dann mit zwei Linealen wenn du ein deutsches Taschenschnittmuster zuschneidest greifst du nach deinem deutschen Lineal wenn du ähm ein Petrock oder ein amerikanisches Schnittmuster nutzt gehst du eisern auf Inch und denkst auch von da an Inch du schneidest alles in Inch du bleibst in diesem Maß und du fängst überhaupt nicht an mit der Umrechnerei das ist äh wirklich ein ganz großer Tipp den ich dir geben kann alles andere ist Käse ich würde dir empfehlen äh ein solches Lineal zu kaufen das ist ähm absolut genauso groß wie das Deutsche das Deutsche hier ist 15 x 60 cm das sieht dann so aus und das Inch Lineal ist 6 x 24 cm mit diesem Lineal kannst du im Grunde alles tun es gibt super 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 viele Lineale die ähm für ganz spezielle Zwecke sind es gibt einige davon die sind enorm nützlich ich wenn ich ehrlich bin ich hab ne Menge Lineale die bei mir nur rumliegen und die ähm ich sehr selten nutze und ähm deshalb will ich dir einfach die Dinge empfehlen die ich wirklich viel nutze die ich immer im Einsatz habe ähm die einfach aus meiner Erfahrung heraus ein gutes Investment sind und ähm das ist eben diese eine klassische Größe wenn du also nur eins haben willst nimm dieses das äh das wird dir gute Dienste leisten wenn dir das ähm einfach viel zu teuer ist und du sagst wie jetzt ich will ein Projekt machen und ähm das kostet irgendwie 30 Euro oder so ähm das äh das äh würde ich dir das hier empfehlen das hier ist von Primf ein Messband Jumbo das ist äh drei Meter glaube ich wenn man es ausrollt und das hat eine Zentimeter und eine Inchseite das heißt du könntest dann immer noch ähm dein deutsches Lineal anlegen würdest äh dann Inchmaß äh messen und dann schneiden nach Inch also quasi entlang des Lineals aber gemessen mit diesem Messband das kostet oh Gott weiß ich jetzt gar nicht sechs Euro? ungefähr ähm das ist die zweitbeste Lösung wenn du dich da so ein klein bisschen rantasten willst ähm wir kommen gleich noch zu ein paar anderen Themen rund um Patchwork die ähm ich ansprechen möchte aber wo wir gerade bei Lineale sind möchte ich dir ein Lineal ans Herz legen wenn du sagst ich möchte tatsächlich öfter mal Patchwork das ist zu teuer für ein Projekt auf jeden Fall aber wenn du sagst ich hab da irgendwie voll Spaß dran ich mach das öfter mal ich hab mir vor Jahren ein ähm Lineal gekauft das ich um kein Geld der Welt mehr missen will und das heißt ShapeCut ich zeig das mal ähm so ein ShapeCut Lineal ist so eine jetzt spiegelt sich hier das Video oder die Lampe ich hoffe ich kriege das jetzt so hin ohne dass sich irgendwas spiegelt das ist im Grunde eine riesengroße das spiegelt jetzt voll so geht's eine riesengroße Plexiglasscheibe die so lasergekattete Schlitze hat kann man das sehen? zeig das mal ein bisschen näher seht ihr die Schlitze? unten ist das zu oben ist das zu und diese Schlitze äh haben einen fest vorgegebenen Abstand bei ähm Patchwork-Schnitten ist das normalerweise so und da hab ich am Anfang total Stress gekriegt weil ich dachte Heiliger Bimmam du hast einen Peel am Ellenbogen auch vielen Dank guck mal Dankeschön ähm man muss für eine Decke umfassbar viel zuschneiden ich hab eine Decke schon geschnitten da musste ich 1300 Teile zuschneiden am Anfang dachte ich wie bitte? da schneidest du ja erstmal abendelang nur zu und äh das ist äh relativ nervig und ähm dann ist das auch gar nicht so einfach immer sehr akkurat zuzuschneiden man muss wenn man schneidet das geht am besten mit Rollcuttern also Patchwork mit Schere würde ich gar nicht anfangen dann kauf dir einen Rollschneider kauf dir eine Schneidematte die gibt's in verschiedenen Größen in den nächsten Tagen haben wir auch eine sehr kleine äh im Programm die ist gerade auf dem Weg zu uns das sind kleine die sind eine gute Sache wenn du ähm auch unterwegs Patchwork wenn du erstmal anfangen willst und einfach mal gucken willst ob das dein Ding ist und ich nutze die gerne neben der Nähmaschine wenn ich gar nicht aufstehen will und nur kurz was schneiden will ist die auch ganz toll die ist nur so groß die ist ähm sehr klein aber so ein Rollschneider Gold das ist ein gutes Investment ähm und äh es ist aber gar nicht so einfach wenn du viel zuschneidest weil du legst dein Lineal ab dann musst du dich damit ein bisschen Kraft drauflegen damit das nicht verrutscht dann schneidest du wenn du ein langes Stück schneiden willst musst du nochmal umfassen damit es dir oben nicht wegrutscht und schneiden und wenn du auf dem Weg 1300 das ist jetzt ein Extremfall Teil schneiden musst dann ist das ein Job dieses Lineal hier dieses Shapecut Lineal ist absolut der Hammer ähm du ich ich zeig's jetzt mal gerade an dem Stoff den ich was hab ich denn hier wo man das gut sehen kann ich muss mal umbauen ich muss euch jetzt einfach zeigen weil sonst quatsch ich hier glaube ich länger ich hab jetzt hier äh was ist das hier ein Meter Stück Stoff okay und das kann ich jetzt zum Beispiel falten einmal und ich kann das auch nochmal längst falten ich hab also ein kleines Päckchen draus gemacht und hab jetzt ähm vier wie viel Lagen hab ich jetzt hier acht acht Lagen okay und was ich jetzt tue mit einem Shapecut Lineal da muss ich jetzt gleich ein bisschen die Kamera verstellen damit ähm und das hier mal aus dem Weg räumen so damit ich euch das zeigen kann weil ich finde das muss jeder gesehen haben ich muss mal irgendwie umdekorieren aber ich hoffe ihr könnt das jetzt sehen ja? seht ihr das? dieses Lineal hat hier unten eine Nulllinie und diese Linie legst du bündig zu deiner Unterkante ab so diese schwarze ich muss erstmal hier so ich mach das jetzt erstmal anders indem ich mir einmal das Seitenteil gerade schneide das mach ich jetzt nur zu Vorführzwecken damit ich euch das etwas besser demonstrieren kann so das ist hier der Überstand den schneide ich jetzt einmal kurz ab okay na jetzt hat sie schief geschnitten oder was? nochmal 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 ein bisschen gerader nur für euch so jetzt hier hat sich jetzt ein kleines Öhrchen entgegen das ist aber egal weil ich meine jetzt im nächsten Schnitter jetzt lege ich das Shape Card Lineal da drauf und lege diese schwarze Linie bündig auf okay und wenn ich das richtig hoch mache macht das viel mehr Sinn so okay und jetzt habe ich hier ganz außen eine Nulllinie ja jetzt kann ich meinen ähm Rollschneider einfach hier einsetzen in diese vorgefertigte Fuge schneide und schneide da einmal lang dann habe ich quasi einmal eine saubere Außenkante produziert und jetzt muss ich nur noch angenommen ich brauche 2,5 Inch Streifen ich lege die Nulllinie gerade an ich lege unten gerade an das ist alles was ich tun muss und jetzt ähm brauche ich zum Beispiel 2,5 Inch Streifen das ist ähm zum Beispiel das äh das äh klassische Jelly Roll Maß ja dann schneide ich da einmal durch oder ich brauche ähm na guck mal wenn sie jetzt noch stark geschnitten hätte und jetzt habe ich mit einem Cut super gerade haha mein Gott Bauer mit einem Cut super gerade 2 komplette Jelly Streifen geschnitten und wenn ich jetzt zum Beispiel Quadrate schneiden möchte für einen Quilt dann angenommen was brauche ich denn 5 Inch ich nehme mal 5 Inch ok ich schneide jetzt mal 5 und 10 und 15 den Außenstreifen jetzt muss ich gerne mal gucken ob ich hier wirklich gut durchgeschnitten habe meine Lagen das wäre nämlich eigentlich ganz vielfisch wenn man die jetzt nicht mehr so viel bewegt wie ich das getan habe ich habe hier ein Fahnen ich brauche mal ein neues Messer da drin so ok jetzt kann ich das Ganze auch drehen na das ist der Vorführeffekt man 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 ok ich lege wieder hier die schwarze Linie an ich lege hier unten mal eine Nulllinie an und zähle bis 5 hier ist eine 5 und hier ist eine 10 und jetzt habe ich ganz schnell mit sehr wenig Aufwand um die Reste kümmern wir uns jetzt mal nicht normalerweise hätte ich mich jetzt um ein etwas akkurateres Zuschnitt bemüht damit ich nicht so viel verschnitt habe das würde mich jetzt im Alltag ärgern aber was ich dir zeigen will ich habe auf einen Schlag mit diesem Lineal einen riesen Stapel extrem akkurater Quadrate gemacht in dem Maß das ich wollte ich wollte 5 x 5 Inch und das hier ist eine solche Arbeitsersparnis du brauchst überhaupt gar keine Pre-Cuts mehr es gibt ja auch für Unis Pre-Cuts die sind relativ teuer die braucht man überhaupt nicht weil du mit diesem Shape-Cut die binnen Minuten selber herstellen kannst das ist überhaupt kein Problem und das spart richtig Geld du kannst und das finde ich super cool bei dem Shape-Cut Plus gibt es hier diese Versatzlinie wenn du also quasi deine Nulllinie geschnitten hast und schiebst es dann noch rüber dann schneidest du von dort an eben 0, also dann kannst du 2,25 zum Beispiel schneiden und das ist super praktisch wenn du Strips für dein Bein nicht machst weil das klassische Maß dafür ist 2,25 du kannst damit, ich muss mal eben auf die Packung gucken hier oben auf der Packung von diesem Lineal ist genau erklärt wie es geht du kannst also auch Diamonds und alle möglichen Dreiecke, alle möglichen Formen damit zuschneiden wenn ich ganz ehrlich bin, das habe ich noch gar nicht gemacht ich nutze das einfach nur für Quadrate, für Streifen, für Binding Strips und warum erkläre ich das? wenn ich nur 2 Lineale haben dürfte wenn ich 3 Lineale haben dürfte die beiden gezeigten wären 2 davon ein drittes zeige ich euch bei anderer Stelle weil das von mir bestellt und es euch geliefert aber ich möchte halt gerne das euch zeigen und empfehlen was ich persönlich super 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 toll finde und das Shape Cut, das ist ein kleines Investment das ist, ich bin jetzt gar nicht sicher was das kostet so viel, 50 und 60 Euro glaube ich aber ganz ehrlich, das spart so viel Zeit und das spart so viel Geld und du hast so wenig Verschnitt, wenn du deinen Zuschnitt akkurat machst ich habe ja jetzt so Pi mal Daumen und was runtergelegt wenn du ein bisschen mitrechnest, dass du so wenig Verschnitt wie möglich hast es ist Gold wir haben das im Shop, ja wir haben allerdings nicht mehr viele und die sind nachbestellt und es ist wie immer so es hilft mir sehr, wenn ihr an sowas Interesse habt wenn ihr euch auf die Warteliste eintragen lasst dann bekommt ihr eine E-Mail, sobald es im Shop ist das heißt, euch entgeht das nicht und mir hilft das so sehr, die benötigten Mengen etwas abzusehen weil ich habe das jetzt schon öfter gehabt bei allen möglichen Artikeln dass ich dann irgendwie zu wenig bestellt habe und dann war dann doch wieder mehr Nachfrage ich möchte ja, dass jeder, der sowas gerne haben möchte dann auch eines bekommen kann also wenn ihr Interesse habt, tragt euch da bitte ein ich finde das absolut, absolut großartig jetzt muss ich mal mitlegen Yvonne schreibt, gibt es in unserem Shop ja, das gibt es, wir haben letzte Woche welche eingestellt ich wollte, als wir das Patchwork-Thema angefangen haben musste ich euch das einfach gezeigt haben weil ich das so sehr toll finde Siegfried schreibt, für den North Stars von Brigitte Heitland musste ich auch sehr viel schneiden hat ewig gedauert das kann ja auch meditativ sein, viel zu schneiden also viel zu schneiden ist heute unser Tagesgeschäft das ist ja auch alles okay aber gerade diese Teile ganz ehrlich, ein Stapel so akkurat ist gar nicht so einfach mit dem normalen E-Mail man verrutscht immer mal und dann fehlt irgendwo was und das beeinflusst das Ergebnis doch sehr von einem Quill hinfalls, wenn er sehr sehr kleinteilig ist oder ein sehr filigranes Muster hat also Shapecut, großes Kiegel Astrid schreibt, ich liebe dieses Lineal die Investition war es wirklich wert ganz ehrlich, das ging mir genauso ich kann dir genauso gut auch 15 Lineale zeigen die ich habe, die ich nicht mehr wieder kaufen würde weil ich die einfach nicht brauche aber diese beiden, das Lange in Zentimeter und in Inch das Shapecut und noch ein weiteres das ich euch nochmal zeigen werde die finde ich einfach absolut großartig Jessica sagt, wandert auf meine Geburtstagswunschliste ein hervorragender Wunsch Katrin sagt, haben will ja, kann ich total verstehen, das ist einfach super ich wünschte, man hätte mir das früher gezeigt die Reke sagt, zum Shapecut gibt es auch noch abgefahrene YouTube Videos auf Englisch glaube ich, ja die Firma, die das produziert, heißt ich vergesse das immer, was mit June June Taylor und die haben Videos dazu es gibt dieses Lineal in verschiedenen Größen etwas kleiner, etwas handlicher und auch eine super professional Variante ich glaube, die ist für Läden gedacht die selber eher für Precuts machen ich würde dir empfehlen, wenn du dir das kaufen willst kauf das Shapecut Plus das kostet irgendwie ein paar Euro mehr als das normale Shapecut aber, also nicht nur ist das etwas größer und hilft dir wirklich gut zuzuschneiden warte, wie geht das um den Spiegel diese Linie hier, mit der man halbe also Viertel innen schneiden kann die hat das normale Shapecut noch nicht das hat erst die Shapecut Plus und es gibt relativ, häufig begegnet mir das, dass ich die brauche dass ich also auf dieses Maß ausweichen muss und deshalb würde ich sagen, nimm diese Variante weil wenn man sich sowas zulegt, ganz ehrlich, sowas kauft man sich einmal und dann ist es doof, wenn man sich später ärgert also ich würde ein paar Euro mehr investieren Yvonne sagt, der Preis ist nicht ohne, aber es lohnt sich ja, das stimmt, also ich weiß noch genau ich habe auch gezuckt, als ich mir das gekauft habe dachte ich, boah, was für ein tolles Ding aber wie gesagt, bei jedem Quill tue ich es raus ich nutze es so viel Sigrid sagt, deine Tipps sind super hilfreich danke, ja, total gerne, dafür sind wir hier ich möchte auch das mit euch teilen, was ich persönlich toll finde und ja, ich will euch vor allem Fehlkäufe ersparen und ich habe selber genug davon also, warum soll ich euch, ja, wir sind doch hier unter uns also empfehle ich euch die guten Sachen wenn einer schief sind, sind dann aber auch alle schief das stimmt aber, ich muss dir sagen, dass das relativ selbst also, ich könnte mir nicht entsinnern, dass ich mal so richtig was verwurstelt habe weil, das liegt relativ gut auf und du hast ja hier diese Korrekturnaht und es ist so simpel, du legst es oben gerade an und du legst es hier an der Nulllinie an und dann kann dir nichts mehr passieren du verrutscht eigentlich nicht, du bist ja in dieser Rille wo soll dein Messer denn hin selbst wenn du nicht wirklich Griff da drauf hast da passiert gar nichts also ich finde, das ist eine super Hilfe einfach Tanis Tanja schreibt ich habe mir das letztens schon mal in deinem Shop angesehen konnte mir aber nicht so recht vorstellen sieht gut aus ja, also genug genug zum Thema ShapeCut ich finde, das ist ein hervorragendes Investment das nächste, was ich dir empfehlen würde wenn dich das Thema Patchwork dauerhaft bereist also ich möchte jetzt sagen was haben wir denn hier für ein Lichtproblem heute entweder man sieht meinen Ausschnitt oder das Licht irgendwie doof gerade ok, wenn du dich erstmal ein Patchwork anwagen willst mach das mit dem, was du hast mach das mit einfachen Mitteln also man muss sich ja nicht hier das riesen Equipment zulegen wenn man sich da mal handtastet aber wenn es dir nur ein kleines bisschen so geht wie mir und du so richtig Lunte riechst und das öfter machen willst dann gibt es einfach so ein paar Sachen die sind Pflicht, finde ich einfach das nächste ist ich baue ihn mal eben ab ein Patchwork Nähfuß dieser Nähfuß, davon gibt es von Benina 3 ich kann jetzt ehrlich gesagt nur über Benina sprechen und weil ich selber die letzten beiden Maschinen ich hatte waren Beninas und ich habe auch quasi das Patchwork mit also ich habe auf einer Brother angefangen dort war der Patchwork Fuß im Lieferumfang enthalten also schau mal nach ich habe das auf den Workshops, die wir gemacht haben, relativ häufig festgestellt dass die Menschen haben da ihre Maschinen mitgebracht und hatten irgendwo so eine Box oft war das auch innerhalb der Maschine wo man die ganzen Füße reintun kann und die nutzen die gar nicht die nutzen immer nur den einen Standard Nähfuß oder vielleicht nochmal einen Reißverschlussfuß also guck doch mal nach was deine Maschine so im Standard Lieferumfang hat und ob da nicht ganz vielleicht ein Patchwork Nähfuß dabei ist oder auch sonst, versuch das, probier dich mal an diesen Füßen bei Benina ist er nicht im Lieferumfang enthalten ich glaube wenn du eine QE, also eine Kultas Edition Maschine kaufst würde es sind, also ich rate jetzt, aber alles andere wäre bescheuert also ich glaube der muss dabei sein bei Benina gibt es 3 es gibt die 37, die 57 und die 97 diese Nähfüße unterscheiden, also der Klassiker ist der 37 das ist ein klassischer Nähfuß ich habe da mal einen Blogpost drüber geschrieben wenn dich das Thema interessiert, schau doch mal auf dem auf dem auf dem auf meinem Blog, gib da einfach Suchbegriff Patchworkfuß ein oder Benina oder so, dann wirst du diesen am Blogartikel finden da gibt es auch einige mehr Tipps der klassische Patchworkfuß hat genau ein Quarter Inch, also ein Viertel Inch Nahtzugabe produziert der und das ist total wichtig für Muster das ist die 37 zusätzlich hat der, ich zeig das mal eben kann man das sehen der hat so 3 kleine Einschnitte hier 1, 2, da so rum 1, 2, 3 die sind eine enorme Hilfe da kannst du nämlich genau gucken okay, ich muss bis zum ersten nähen und dann abwiegen und eine schöne Kurve nähen damit die Ecke akkurat wird wie das geht, habe ich im Blog erklärt das machen wir jetzt nicht nochmal aber diese Linien sind toll also schau doch ruhig und durchaus beim Nähen mal drauf die 57 hat einen Seitensteg das ist dieser hier, ich nutze den am liebsten der hat quasi so eine eingebaute Führungslinie und der hilft mir noch schneller gerade und akkurat zu nähen, weil ich den Stoff etwas gerade an transportieren kann die 97 arbeitet noch etwas akkurater die hat auch noch so einen eingebauten Steg die Petra Neuenland mir erzählt sie schwört auf den also da hat jeder so seine Favoriten meiner ist jetzt dieser und man kann das eigentlich bei der QE Maschine ist die 97 dabei schreibt die Sabine guck mal Sabine, das ist doch super also da habt ihr sogar den richtig richtig tollen Nähfuß an den QE Maschinen ihr seid schon ausverkauft wo gibt es eine Wartelisse erstmal vielen Dank für alle die 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 Lineale bei uns gekauft haben Britta, wenn du, du kannst auf dem Artikel du kannst da drauf klicken und einfach sagen auf die Warteliste setzen und dann bekommst du eine E-Mail sobald der Artikel wieder bei uns verfügbar ist das ist keine Kaufverpflichtung das ist einfach nur eine Information für dich wenn der Artikel wieder da ist, damit du das mitbekommst und für uns so ein bisschen eine kleine Hilfe wie viele denn ungefähr benötigt werden damit jeder der sowas bekommt das auch dann am Ende bestellen kann Susanne schreibt, bei meiner Pfaff ist eine dabei super, perfekt ich habe eine W6 und da heißt der Inchfuß das ist der Alessa da bin ich mir ziemlich sicher bei der Janomi war auch eine dabei guck mal, da seid ihr voll ausgestattet Mädels ok? also, Petrockfuß gutes Investment wenn deine Maschine den nicht hat, kauf dir den ohne den ist das ganz schwierig es gibt noch etwas, womit du dir helfen kannst und zwar haben wir diejenigen, die bei uns schon länger abonnent sind die kennen das hier das ist das Diabinal Seam Tape und das war eine Januarbox und wir haben das inzwischen aber auch, weil das relativ viel Nachfrage hatte im Shop das ist nämlich super geil ich zeige noch mal ganz kurz, wo ist meins ich habe das immer in der Nähmaschine das ist ein Vagi Tape, also so ein Reispapierband das ist eine gute Sache, weil das klebt zwar gut, aber das hinterlässt keine Rückstände und da hast du genau in der Mitte so eine rote Linie und links und rechts genau ein quarter inch entfernt zwei schwarze und wenn du das so vor deine, also du richtest quasi diese rote Linie mit deiner Nähnadel aus und klebst das dann auf deine Maschine und dann führst du deinen Stoff so ran, dass er sich an dieser da kannst du einen Geradstichfuß verwenden einen ganz normalen und du orientierst dich aber dann an dieser schwarzen Linie dann kannst du quasi auch dieses ganz bestimmte Maß ohne Probleme nähen ohne dass du einen solchen Nähfuß brauchst dieses Tape ist aber eigentlich eine ganz 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 tolle Hilfe wenn du zum Beispiel Flying Geass nähen willst wenn du also diesen anderen Block, den ich schon wieder verbümmelt habe wenn du das hier nähst zum Beispiel diesen Woken Star, das ist ja das zweite kostenlose Schnittmuster in diesem Monat da nähst du Diagonal Seams und da hilft das total, du musst nämlich deinen Stoff nicht anzeichnen du brauchst nur dieses Klebeband und führst die Spitzen so zu, dass immer die Spitze hier an die Maschine läuft und super easy also auch das finde ich ist für leidenschaftliche Patchwork eine ganz ganz tolle Hilfe was haben wir noch im Programm, was wir noch nicht besprochen haben zwei Sachen, drei, warte mal schauen wir mal was ich persönlich ganz wichtig finde beim Patchwork sind gute Nadeln ich nehme sehr dünne Nadeln und zwar weil ich eisern über die Nähte nehme wenn ich also ich zeig das mal jetzt müssen wir mal gucken der so wo man das wo kann man das jetzt gut sehen das Muster jetzt ist so extrem ich nehme mal das hier ihr seht das, dass diese Ecke hier Moment, wir nehmen mal diese diese Ecke hier da ist jetzt so ein Muster im Stoff, das ist blöd wir nehmen dieses, da kann man das besser sehen seht ihr, dass diese Ecke genau aufeinander sitzt hier das ist total einfach zu machen und zwar akkurat zuschnallen, das ist das Erste wir wissen jetzt wie es geht mit so einem Lineal und indem du diese Nähte hinten ineinander rasten lässt also du bügelst die eine Seite der Nahtzugabe auf die eine Seite die andere Seite auf die andere Seite steckst sie ineinander und schiebst die ineinander diese Nähte und dann stichst du mit zwei Stecknadeln ich zeig dir jetzt nicht so, wie ich das meine so da bin ich ich stecke die dann fest an beiden Seiten wenn ich also ein Patchwork-Projekt habe und so eine Reihe zusammen nähe dann steckt die bei mir voller Stecknadeln und zwar so hochkant und immer wenn Nähte aufeinander sind stecken Stecknadeln und ich nähe dann über die das führt dazu, dass die Nähte super akkurat werden ich würde dir dafür aber empfehlen dünne Stecknadeln zu verwenden und das hier ist zum Beispiel ein wirklich für Patchwork gemachtes die sind nicht ganz billig, die von Tulip ich finde die aber ganz toll, hier sind 60 Stück drin also das sollte erstmal reichen und diese Nadeln sind Gold zum Nähen zum zweiten sind die so scharf die gehen halt ohne Arbeit in jeden Stoff also gute Patchwork-Nadeln finde ich auch noch eine gute Sache das letzte, was ich jetzt noch ansprechen möchte da geht es aber eher Richtung Binding ich mag total das Binding-Tool ich quatsche die ganze Zeit, sollte ich mal mitlesen macht ja Sinn, ne? Liebe Nadine, ich kann dir nicht sagen, welche Nummer der Patchwork-Fußball-Fach hat ich habe noch nie auf einer Faf genäht, ich weiß es nicht aber hier gibt es doch ganz bestimmt Menschen, die das wissen ähm das Klebeband ist genial ja, das ist genial das hat ähm die Ellison erfunden das ist eine ganz liebe die Kult-Designs macht in den USA der Blog klack klack zu begleitet mich solange ich näher und ich hatte schon früher sehr viel mit Ellison immer gemäht die ist so nett und die hat das erfunden dieses Diagonal-Theme-Tape und als sie das rausgekommen hat, war mir klar das muss in die Box das müssen so viele Menschen wirklich gesehen haben das ist einfach super super toll ähm ich hab mal über eine Stecknadel nähen wollen da ist mir die Nadel gebrochen gute, grundsätzlich kann das immer passieren mir passiert das extrem selten erst recht passiert mir das nicht wenn ich an den Nahtübergängen ein bisschen langsamer nähe je mehr Wumms du hast, desto schneller bricht die und je dicker deine Stecknadeln nässt desto öfter passiert das also mit einer dünnen Stecknadel und einem etwas langsamen Nähtempo passiert mir das manchmal auch aber ich versuch gerade ein Zeitmaß zu finden zweimal im Jahr vielleicht das ist jetzt viel, wenn man nur viermal im Jahr näht aber ich nähe öfter das würde ich jetzt so grundsätzlich mal empfehlen denn Astro schreibt die Petrocknadeln von Tulips sind super scharf und toll ja, ich finde die sind ihr Geld wert die kauft man einmal und dann hat man viele, viele Jahre Freude daran und ich mag solche Produkte die einfach echt was taugen und lange halten ähm so, die Jessica schreibt jetzt ich hab das beide lineal und ich weiß aber noch nicht so richtig wie man das nutzt das hat mir letztens schon mal jemand geschrieben oder haben wir im letzten Live darüber gesprochen und ich bin mir grad ganz sicher wie das war ich habe gesagt, dass ich ähm es fehlt ja noch ein Blogpost zum Tipps rund ums Binding da werde ich das Foto für Foto erklären wie man mit dem Binding Tool arbeitet das ist äh finde ich eine ganz ganz tolle Hilfe Nadeln gehen auch in jeden Finger hat mir da schon ein paar mal unschöne Flecken auf Torfenstoff gemacht ich glaube das ist das Schicksal aller näher es gibt zwei, also ich habe das schon unzählige Male auch geschafft das tut echt weh es gibt zwei Dinge, die habe ich noch nicht geschafft von denen habe ich aber gehört, dass andere sie geschafft haben Geräte hat sich mal in den Finger genäht tatsächlich ins Nagelbett nicht lustig und ich habe von einer Kundin von ihr mal gehört dass ihr ein Rollcutter runtergefallen ist und ihr den Fuß eingeschnitten ans Zeh abgeschnitten es war dramatisch also Rollcutter sind auch nicht zu unterschätzen und da habe ich auch mal ganz kurz für einen kleinen Moment meinen Birkenstock Trend überdacht weil ich näher immer mit offenen Schuhen einfach Bequemlichkeit zieht ich mache das weiterhin aber ähm ja man soll ja auch nicht sowas machen was ich gerade hier mache offene Rollkette umlegen lassen ich tue das öfter mal das ist eine Unart von mir ähm wie funktioniert das Binding Lineal? ich werde euch das Foto für Foto erklären das Binding Lineal ist dafür gedacht ein Anfang und Ende in einem Beinlegen herzustellen das man später nicht mehr ausmachen kann und ähm dafür muss man das einfach erstmal so nutzen dann drehen andersrum benutzen und das klappt super wenn man einmal die Reihenfolge kennt das ist eine ganz tolle Hilfe wir haben das im Shop in der kurzen Variante für so kleinere Projekte wie Topflappen oder Mini-Grills oder Kissenprojekte Kissenprojekte nutze ich das auch das Große ist für ähm richtige Crills gedacht ich glaube ehrlich gesagt nur der liebe Himmel weiß es ok mhm ok also Veronika hier hi hätte es fast vergessen Veronika hallo schön dass du da bist ja das mit dem Binding Lineal erklären wir im Blogpost ich verstehe das Lineal auch nicht ich erkläre euch das versprochen es ist super ähm genau Kerstin sagt auch ich habe es gekauft aber nicht verstanden dann wird es aber allerguchste Zeit dass wir das gelöst kriegen ich verspreche euch in der Antwort ich verspreche einen Blogpost dazu ähm so da gibt es Hilfe von Eva für die Pfaff mit dem Patchwork Foods ähm du würdest das gerne mal in Gebrauch sehen das Lineal äh ja das äh soll ich das morgen mal vorbereiten für morgen interessiert euch das? soll ich für morgen mal das Binding Tool zeigen? live? wie das funktioniert? können wir machen ich bereite was vor und dann nehmen wir morgen einmal live mit dem Binding Tool aber sicherheitshalber gibt es trotzdem den Blogpost wenn ihr das nachgucken wollt ok? ist das ein Angebot? hilft das jemanden? ähm Jessica sagt wenn ich in Action bin dann kommt der Arbeitsschutz auch zu kurz ja ich muss da an mir arbeiten ähm oh mein Gott Renate schreibt ich habe auch eine Story ich habe mir eine Titannadel in den Fuß eingetreten und es musste heraus operiert werden oh mein Gott das sieht schon jetzt ich habe äh mein Schwager ist ja Orthopäde das hört sich so an als wüssten das alle mein Schwager ist Orthopäde und ähm der ist das aus absoluter Leidenschaft und wann immer man dem begegnet muss der an einem rumrenken und irgendwas reparieren und bei mir gibt es auch leider immer irgendwas zu reparieren als wir uns gesehen haben vor kurzem in Bayern ähm da haben wir so ein Wochenende gemeinsam Urlaub gemacht ähm da hat er mich erst im Pool einfach eingerenkt so von hinten so du stehst schief und ähm dann habe ich gesagt du ich habe so Schmerzen unter dem Fuß ich habe da so eine Seelenentzündung also echt anstrengend und nusam und ähm dann hat er gesagt kein Problem ich setze hier eine Spritze was er mir nicht gesagt hat ist wie unfassbar weh die Spritzen unter Füßen tun ich dachte ich springe unter die Decke das war wirklich schmerzhaft das hat auch geholfen zugegeben aber es war echt eine harte Nummer und ähm daran muss ich jetzt denken wenn du schreibst du bist in eine Titanennadel getreten ich fühle sehr mit dir sehr das muss ich dir sagen also ich höre ganz viele ja ja gute Ideen ja alles klar wir haben morgen ein Date mit dem Binding Tool jessica hat Bilder im Kopf äh zur Titanennadel zum Binding Tool zum Orthopäden oder wozu jessica lass uns teilhaben ähm es wäre ja mal in der Zeit um 20.44 Uhr über unser Projekt zu sprechen oder kann man machen muss man nicht ich jetzt habe ich in der Zwischenzeit mein ganzes Projekt hier dahin gerafft äh das ich euch doch so wunderbar zeigen wollte ja super war aber das ist immer ganz großes Kino ich quatsch jetzt hier noch 2 Minuten während ich hier ungefähr nochmal versuche mein Design hier zu stellen was hab ich mir da nochmal gedacht also irgendwie sind wir jetzt hier so hab ich schon wieder ach guck mal da hab ich die alle runtergeschmissen jetzt ergibt das alles einen Sinn so ich muss mal eben mein Design reparieren ich hab nämlich was vorbereitet etwas was ich gerne mit euch nähen möchte sofern ihr denn wollt wer keinen Bock hat auf nähen ist hier trotzdem willkommen ne ihr kennt das Spiel ich hab jetzt irgendwie mein Design durcheinander geworfen man da hab ich den halben Nachmittag gebastelt wie das hier aussehen soll und dann ein Ärmel und alles ist dahin war das so? wir tun so als gehört das genau so ich weiß es nämlich jetzt grad nicht mehr ok pass auf ähm wir hatten gesprochen darüber dass wir Orange Peel machen wollen und ähm das ist euch wahrscheinlich schon klar gewesen diejenigen die die Juli Box bekommen als ihr diese Schablone in eurer Box gefunden habt in dieser Schablone sind vier verschiedene Größen Orange Peel das ist ähm dieses eingangs äh besprochene klassische Quilt Muster dass man daraus in verschiedensten Größen herstellen kann ich habe in der Anleitung die unglaublich viele Bilder und Grafiken enthält genau erklärt wie man das macht wie man ähm daraus eine Quilt näht wie man ähm verschiedenste Designs daraus gestaltet das werdet ihr alle schlau hoffentlich wenn ihr euch für ein Design entscheidet bei dem klassischen ähm viel Quilt macht man es so dass man es auf einzelne Quadrate aufnäht und dann aus den Quadraten die Quadrate aneinander dann die Reihen aneinander einen klassischen Quilt herstellt wir machen was anderes wir machen Freestyle weil wir sind die Coolen und wir wissen wie das geht ähm vorher muss Fliederfaden wissen ob man die rosa Tulip Nadeln auch beim Patchwork nutzen kann ja kannst du ähm ich nutze aber trotzdem die Patchwork Nadeln weil ich viel mehr brauche in diesen anderen Nadeln sind ja immer nur relativ wenige drin und äh wenn du so Patchwork Reihen aneinander setzt und jede Naht aufeinander steckst und das würde ich dir sehr empfehlen ähm dann brauchst du sehr 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 viele Nadeln und da kommst du mit diesen 15 nicht so richtig weit deshalb ähm äh Jessica meinst du die mit den rosa Glasköpfen ich glaube ähm du meinst diese hier richtig? guck mal da habe ich mich einmal hier aufgestellt und jetzt renne ich die ganze Zeit durch die Gegend ich kann das sein dass du diese meinst diese klassischen mit der Tulpe oben die kannst du nutzen natürlich aber äh du kannst auch alle du kannst alle diese Nadeln für Patchwork nutzen aber wie gesagt ähm ähm in den Patchwork äh Nadeln die du von Tulip kaufen kannst sind 60 Stück und die brauchst du auch also allein der Menge wegen würde ich dir zu denen äh 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 ähm ähm die Katrin ist da Katrin bist du nicht normalerweise immer baden wenn wir uns äh hier sehen badest du? nähst du mit? du nähst doch nicht etwa mit was ist der Plan? ähm ja was wollte ich sagen wir machen Freestyle und ich zeige euch jetzt mal was ich vorbereitet habe ohne jetzt zu wissen ob euch das gefällt aber mir gefällt das und deshalb äh äh habe ich mir überlegt könnten wir das doch machen seht ihr das? ich habe ähm aus diesen Schablonen in verschiedenen Größen äh und in die aus den Farben der Box ein Design gemacht das auf den Fat Quarter passt ähm der in eurer Box ist also nochmal kurz zurück wenn ihr die Juli Box in Händen haltet sie klettert so also die Juli Box wir öffnen sie wer sie nicht hat die möchte ich das kurz zeigen weil da ist alles drin was ihr für dieses Projekt braucht ihr habt in der Juli Box mhm zum einen diese Schablone womit ihr das ausschneiden könnt die ist etwas dicker und es ist sehr hilfreich damit zuzuschneiden damit geht es sehr schnell die zeige ich gleich so sieht die Box aus was ihr braucht dafür sind alle Ronis die wir hier haben die in der Box sind die braucht ihr also wenn ihr das so machen wollt ich habe sie alle verwendet zusätzlich werdet ihr noch brauchen diese beiden jedenfalls ein Stück davon und zusätzlich braucht ihr den weißen als Hintergrundstoff was bleibt sind diese beiden das zeige ich euch in der Woche auf dem Blog was man daraus tolles nähen kann und ähm auch von diesen Stoffen Moment ich zeig das mal gerade noch es gibt vier Stoffe in der Box da sind größere Stücke drin das sind Fat Quarter hier werdet ihr reichlich überhaben von diesen vier Farben also von diesen vier Farben gemeinsam das sind auch die die besonders gut zu diesem Stock hier passen ähm die hier drin vorkommen könnt ihr also ohne Probleme noch ein weiteres Projekt nähen auch wenn ihr eben jetzt hier ein paar kleine Eckchen klaut für dieses Orange 4 Projekt von äh ein paar anderen Farben sind in der Box von diesen vier Farben sind in der Box nur kleinere Stücke drin das ist aber total egal wir haben das einfach deshalb gemacht damit ihr die Variation habt damit ihr ein ein Muster gestalten könnt das eben so viele Farben enthält äh haben wir einfach ganz viel Variation reingepackt ähm und äh ja die äh reichen absolut für ein Orange Peel Projekt und das hier ist der Hintergrundstoff für dieses Projekt ich zeig es nochmal okay so die Kerstin sagt jetzt habe ich mich einmal beherrscht Kerstin meinst du jetzt etwa die Box das kann doch nicht dein Ernst sein da packen wir mit so viel Liebe Monat für Monat und du beherrsch dich was ist denn da jetzt mal vielleicht Susanne sagt dass sie cool aus das freut mich total ähm Oto meiner dreijährigen Tochter oh das sind ja Elsa Farben als Eisblock okay da bin ich jetzt noch gar nicht drauf gekommen okay also ihr habt eine ungefähr eine Vorstellung wie man das jetzt macht ähm wie ihr die anordnet ist bitte eurer kreativen Freiheit ähm geschuldet ich hab ähm innen diese blau grünen Töne genommen bin dann in den Abstufungen davon ein bisschen nach außen und hab die rot orange Lachstöne so ein bisschen nach außen genommen warum erklär ich das eigentlich ganz so teilen macht ja gar keinen Sinn also ich hab äh hier der Mittelblock ist mehr so diese Farben außenrum äh ich hab noch diesen Aquaton ein bisschen nach außen genommen du kannst aber natürlich auch wenn du jetzt sagst es sind ja gar nicht meine Farben wie geht denn sowas dann kannst du natürlich ich mach's nochmal ich mach's jetzt mal weg du hast auch ähm genügend Stoff um nur zum Beispiel in diesen da brauchst du jetzt natürlich noch ein paar mehr davon aber du ähm könntest natürlich ohne Probleme auch einfach in in diesen ähm sind das jetzt sind wir jetzt bei den Eiskönigenfarben äh arbeiten äh natürlich auch andersrum du kannst natürlich auch nur sagen ich geh mal hier in die in die ganz äh bunten und vielleicht mischst du noch ein schönes Gelb mit ein oder so ähm oder äh vielleicht noch den Grünton oder beide Grüntäne und lässt einfach die Blautöne raus auch das sieht ganz toll aus also ähm feuerfrei würde ich jetzt mal sagen wer das mitnehmen will ähm tut euch nichts an mischt was ihr wollt ihr könnt natürlich selbstverständlich auch ähm gemusterte Stoffe einstrollen wieso denn nicht also wenn ihr einen Stoff habt äh einen geliebten Stoffrest oder sowieso sowieso viel mehr bunt wollt wie bunte Stoffe es ist total egal aber wir machen eben so eine äh Blume im Grunde die wir dann auf unserem Kissen Top äh aufnähen was ich gemacht habe ist von dieser Schablone habe ich die größte Größe nicht verwendet ich habe alles in 5, 4 und 3 zugeschnitten ähm die Größe die ist damit wird das für ein Kissen zu viel wenn du jetzt sagst okay ich möchte einen Tischläufer zum Beispiel nähen in der Anleitung hinten ist ein ganz tolles Muster das man super toll auf einen Tischläufer nähen kann da würde ich die Größe nehmen also dann nimm die 6er Schablone und mach dieses Muster als Tischläufer ich werde das definitiv auch noch mal nähen ich bin da irgendwie noch nichts ich wollte das so dringend fertig haben aber mir ist das Leben irgendwie dazwischen gekommen ähm aber das habe ich unbedingt vor das noch zu nähen und ähm da würde dir jetzt die große Schablone weiterhelfen da würde ich dir auch empfehlen nach der ganz klassischen Methode vorzugehen die ich in der Anleitung beschreibe also Block für Block einander setzen und einfach die Blüten so ausrichten dass sie die ähm das tolle an diesem Muster ist auch dass man so toll quillten kann also da gibt es ganz ganz tolle Versionen wie man das später ähm auf einem Kissen oder wie auch immer gestalten kann weil diese Petalform einfach so viele Möglichkeiten lässt mhm ich muss mal kurz mitlesen die Schablonen sind echt super danke dafür ja ich hoffe also ähm ich kann mit dieser Schablone äh einen riesen Stapel zuschneiden ich zeig dir gleich mal die Taktik wie ich das mache äh damit das auch echt zackig geht und ähm ha Jessica hat schon sauber vorgearbeitet ich hab die Schablone auch schon ausgeschnitten welche Größe hast du benutzt? also ich habe benutzt in fast selben Anteilen 5, 3 und 4 ähm sie meinte wohl ein Eiskristall mit Eisbauch oh jetzt hab ich's verstanden guck mal ich steh jetzt ein bisschen auf der Leitung ja also ähm wie gesagt also warum denn nicht? guck mal jetzt hab ich die Dinger hier überall mein Gott ja also wenn du wenn du jetzt die Grüntöne noch wegnimmst warte mal wo ist das? warum halte ich das eigentlich die ganze Zeit hoch? ähm ja ich finde deine Tochter hat absolut recht wenn du ähm nur noch in die Blautöne gehst dann hat das was von Eiskristall also ja jetzt komm ich auf Ideen also wenn du zu Hause eine leidenschaftliche Eiskönigin ähm Tochter hast die die meine also seitdem der zweite Film draußen ist muss ich im Auto ständig dieses ähm dieses Lied hören aus dem aus dem zweiten Film also ich hab auch eine Tochter die da ganz viel für über hat ähm dann kannst du da wahrscheinlich einen ganz tollen Eiskristall draus nehmen aus diesem Muster das sind also so angeordnet vielleicht noch also ich glaube ich komm grad auf Ideen ich würde dafür diese Blautöne nutzen und jetzt überlege ich gerade ich glaube das ist jetzt ein bisschen on the go ich zeig es jetzt mal weil ich nichts anderes habe ich würde dann noch Silber ihr müsst euch das jetzt ohne das Gelb vorstellen ich guck mal gerade was haben wir denn hier ne der nicht ähm also ich würde da jetzt noch so ein bisschen Silber Silber kann man das sehen? könnt ihr euch das vorstellen? ich würde da jetzt noch ein bisschen Silber einstreuen dass das so ein bisschen äh noch dieses dieses glänzende vom Eis aufnimmt und ich glaube das gibt ein ganz tolles Kissen für eine leidenschaftliche Eiskönigin Fan Tochter ähm ist dein Kissen auch ein Orange Peel? schreibt die Sabine ähm du meinst jetzt äh dass wir jetzt hier gemeinsam nähen das ist ein Orange Peel das äh ist aus diesen Schablonen genäht ähm ich das wir arbeiten ja hier nach einer Appliziermethode das heißt wir nähen diese ähm ich nenne das Petels das ist der englische Begriff diese Blüten und wie das geht ähm zeige ich euch noch und die werden dann quasi aufgebügelt und eben äh äh in einem nächsten Schritt dann auf appliziert und das ist das was wir diese Woche uns vorgenommen haben weil ich euch ähm ähm vielleicht ähm erstens so etwas inspirieren will was ich noch nicht so viel gesehen habe vielleicht auch für diejenigen die jetzt schon ganz lange nähen und mal was ganz Neues sehen wollen ähm vielleicht ist das ähm ähm etwas was euch gefällt ähm was ihr noch nicht so oft gesehen habt ähm 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 grundsätzlich äh ist das aber eine machbare Technik für ähm auch jemanden der noch nicht lange näht ähm wenn man einmal weiß wie es geht das ist nicht so schwer ähm dann äh ist das eben auch eine lösbare Aufgabe und deshalb habe ich gedacht das wäre eine eine schöne Idee ähm ähm das hinten auf dem Sessel willst du wissen ähm 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 das hier ist kein Ort viel dieses Kissen ist äh äh ein ähm Paper Piecing Projekt also da näht man auf Papier und setzt dann die Teile zusammen das ist äh aus ganz ganz vielen Resten von Bonnie und Camille entstanden ich habe eine heiße Liebe zu Bonnie und Camille Stoffen ich mag diese diese bunten Farben und ähm das ist ja ein Nähzimmerbegleiter und diese Nähte ähm warte kann man das sehen das ist sehr sehr schwierig solche Nähte sonst so akkurat zusammenzusetzen das geht eigentlich nur wenn man auf Papier näht wenn euch das interessiert von der Technik her können wir das gerne mal in einem der nächsten Monate einstreuen Paper Piecing dann erkläre ich euch ähm wie das funktioniert ich finde das ist eine wunderbare Technik ähm die äh an die jeder sich mal wagen sollte ich habe auf meinem Blog schon einige Paper Piecing Projekte genäht angefangen von ganz kleinen Schlüsselanhängern ähm mit so Dreiecken ähm Kissen verschiedene also ich habe habe ich schon mal einen ganzen Paper Piecing Quilt gemäht ich bin gerade gar nicht sicher schon so viel genäht egal ähm ja das ist eine andere Methode ähm okay meine Lieben äh ihr habt jetzt also einen ungefähren Eindruck davon was wir hier so tun werden und äh es ist in diesem Fall auch etwas anders als sonst wo ich immer sage so und du machst das und das und dann schneiden wir davon so und so viel und äh so geht die Tasche ähm das hier ist ja ein bisschen mehr Freestyle und du kannst dich hier erheblich mehr ausleben als ähm in anderen Projekten also schau mal aus diesen vielen Stoffen in der Box welche Kombination dir davon gut gefallen würde ähm wenn du sagst ich möchte das Projekt nur zweifarbig machen oder ich möchte ein ähm ähm Paper Peel Quilt machen nur in einer Farbe also ähm das sieht so fantastisch aus der ganze Quilt in nur zweifarbig ähm das ergibt ja dann diesen Effekt so wie man den hier auf dem Stoff sieht also das hier zum Beispiel ne das ist ja nur orange auf weißem Hintergrund orange mit Peels das sieht so so schön aus und wenn du jetzt sagst okay möchte ich machen und ich möchte das aus Aqua nähen und da war ja nur so ein kleines Stück Aqua drin du kannst das äh in diesem Monat auch als Meterware in unserem Shop kaufen das haben wir in den bisherigen Monaten nicht gehabt ähm aber vielleicht machen wir das jetzt öfter weil ich den Eindruck habe dass ihr das gerne mögt dass ihr ähm von einem Stoff aus der Box dann doch vielleicht nochmal ein bisschen mehr haben könnt wenn ihr damit noch ein anderes Projekt oder ein größeres Projekt eingehen wollt also wenn du sagst okay das ist mein Ding ich möchte das hier nähen auf Kilt dann ähm hast du die Möglichkeit von dem orangenen Stoff den als Meterware äh oder grün oder blau oder was auch immer dein Ding ist ähm noch äh zu kaufen so ich hab jetzt eine ungefähre äh äh Vorstellung gemacht wenn du äh also im Großen und Ganzen kommst du mit dem klar was in der Box ist wenn äh wie seh ich heute aus? ne? Gott zieh dich mal an okay überall liegen jetzt diese Peels ich hab jetzt alles zerschossen soll uns egal sein was ich euch nämlich jetzt noch zeigen möchte ist wie man das extrem gut zuschneiden kann du schneidest also jetzt deine Schablone aus da schneidest du auf der Linie relativ akkurat nicht mit der Stoffschere auf gar keinen Fall danach äh nimmt die wirklich Schaden für Papier eine andere Schere nehmen als für Stoff das ist total wichtig was du aber jetzt machen kannst und das empfehle ich dir auch weil das äh doch erheblich erheblich schneller geht du kannst ähm den Stoff ich nehm jetzt mal dieses Stück hier äh zum Demonstrationsweg ich falte das lass das also jetzt mal zugefaltet und du kannst also jetzt ohne Probleme ähm mehrere davon aufeinander legen und kannst die mit einem Mal zuschneiden indem du äh jetzt sammelst und dann guckst du eben okay hier würde jetzt tatsächlich das nur einmal drauf fassen wenn du jetzt sagst okay ich möchte äh diese beiden würden da ich glaub dreimal eins, zwei, drei und dann kannst du die im Stapel zuschneiden und theoretisch da geht jetzt auch noch mehr also du kannst jetzt da äh ich weiß ich nicht das sind jetzt schon einige Lagen die man da zuschneiden kann ich zeig das jetzt einfach mal wie das geht und dann nimmst du deinen Rollschneider und die Schablone ist zum Glück auch so dick dass du äh da musst du jetzt schon so ein bisschen drücken weil das ist jetzt schon viel Stoff vielleicht war ich jetzt auch ein bisschen überambitioniert weil mein Blatt nicht mehr ganz so scharf ist in dem Rollschneider aber es geht okay da schneidest du jetzt am besten wirklich langsam und hast jetzt reichlich Lagen auf einmal geschnitten du hast also mit einem mit einem Cut einfach rundherum brauchst beim Patchwork keine Nahtzugabe und nix das ist immer mit eingerechnet du musst das nicht und du kannst natürlich auch Petal für Petal für Petal ausschneiden aber ich hab's da gerne mal so ein bisschen effizienter und ähm so ich guck jetzt gerade nochmal ob das halbwegs gerade ist wenn du dir deine Schablone zerschneidest oder irgendwie die verloren hast oder weiß der liebe Himmel ähm du kannst die bei uns auf der Seite auch nochmal oder oder ganz anders du hast die Box überhaupt nicht du willst aber trotzdem mit nähen dann kannst du einfach auf unsere Seite gehen und ähm dir die runterladen auf Papier das ist natürlich ein bisschen mühsamer weil die nicht ganz so fest ist aber äh das geht schon ganz gut so jetzt habe ich hier einen ganzen Stapel der untere Teil der gefällt mir nicht ganz so gut da würde ich jetzt nochmal kurz ein bisschen nachschneiden da kann ich hier die oberen eben abnehmen dann wird das ein bisschen leichter da hat sich das ein bisschen verschoben aber wenn du zum Beispiel wirklich viele zuschneiden musst äh für ein Quill dann würde ich dir diese Methode sehr empfehlen weil das erspart dir doch sehr 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 viel Zeit wenn du diese ganzen so das lassen wir jetzt durchgehen okay also ich habe auf einen Schlag eine relativ große Menge Petals zugeschnitten okay ähm so verbraucht sich jetzt gar nicht ich mach mal die nochmal mit dem kleinen ist euch das Prinzip soweit klar ich muss ja jetzt nicht hier in eurer Gegenwart massig viele Petals zu schneiden habe ich das jetzt richtig aber das ist noch ein bisschen ich mach kurz hier mal noch ein bisschen nachzugabe drin ist eben ein bisschen vorrutschen okay okay also auf einen Schwung ein ganzer Stapel okay mh bleiben die Unistoffe dauerhaft im Shop mh ich hadere so ein bisschen weil im Moment ist das so ein bisschen rumgeeier ich würde am liebsten nur Paintbrush führen aber Paintbrush ist nicht in allen Farben lieferbar im Moment das ist ein bisschen ein Corona Problem auch wenn in unserer Welt hier schon alles wieder halbwegs normal läuft die Stoffwelt ist USA und in den USA ist das blanke Chaos und ähm das merkt man total dass Zulieferer nicht lieferfähig sind dass überall alle in Kurzarbeit sind und zuhause und ähm das führt eben dazu dass wir so große Lieferprobleme an so vielen Stellen haben und ähm ja und äh deshalb haben wir immer wieder auch mein Art Gallery jetzt im Programm einer auch schon Moda gehabt und die sind auch in Ordnung ich finde die auch gut und es schafft auch ein bisschen mehr Farbvariation weil ähm die haben ja doch nochmal andere Farben aber grundsätzlich bin ich schon ein Paintbrush Fan ähm andererseits ihr mögt sie ihr bestellt sie und warum soll ich etwas nicht im Shop führen was ihr offensichtlich mögt also ich eier dann noch so ein bisschen rum ich bin mir ähm jetzt nicht so ganz sicher ähm diese Schablonen sind aus Hartpappe 400 Gramm die sind äh sehr fest also ich kann da sehr gut mit zuschneiden sowas gibt es auch äh kann man kaufen ähm aus ähm aus ähm Acryl und allen möglichen Materialien aber ich finde die Pappe reicht absolut für den Zuschnitt ähm das würde ich mich nicht trauen warum denn nicht? was soll dir denn passieren? welche Garnfarbe nimmt man bei bunten Stoffen bei Patchwork? da hast du eine sehr schlaue Frage gestellt auf die ich am Anfang vergessen habe einzugehen vorher beantworte ich noch Ursula Clemens Frage Fadenlauf ist dabei egal ja Fadenlauf ist egal ignorieren wir ähm ähm so also normalerweise ist es ja so dass du ähm Patchwork hast du die Nähte alle unten Rückseite hier sind die Nähte das heißt Patchwork näht man klassischerweise bei den meisten Stoffen einfach weiß ähm das ist so der Standard ähm und ähm bei dunklen Stoffen kannst du auf einen dunklen ausweichen aber ähm man sieht ihn ja sowieso nicht er ist äh unter dem Projekt bei diesem Projekt ist das ja etwas anders weil wir applizieren das heißt am Ende nähen wir mit einer sichtbaren Naht das Ganze an da hast du jetzt verschiedene Möglichkeiten du kannst entweder ein wirklich gut passendes Garn nehmen das zu deinen Farben passt du hast aber dann das Problem dass du bei jedem Petal das du annähst die Garnfarbe wechseln musst oder du nähst eben erst alle blauen da alle roten wie auch immer ähm ist ein bisschen lästig ähm die Alternativen sind die folgenden ähm was man super super gut machen kann ist unsichtbares Garn durchsichtiges Garn das ist ähm super super schön zu nähen wir haben ein paar wenige Rollen davon die wandern heute Abend noch in den Shop wir haben versucht große Mengen zu bekommen weil ich das wirklich empfehlen kann wir haben aber leider nicht so viele bekommen ich werde die nachher nochmal einstellen hier ist sogar die Packung so ein bisschen bisschen aber das ist nicht bei allen das Garn ist aber intakt ähm ja das ist ähm eine super Lösung für applizieren dass man nicht sehen soll diese äh durchsichtigen äh Garnfarben ähm Gott sei Dank die haben es halt bisher immer nicht in Meter Ware im Shop weil ähm ich irgendwie davor zurückgeschollt habe 160 Ballen Stoffe mir da hinzulegen und äh dann immer davon abzuschneiden deshalb haben wir diese äh Mustersets mit Farbkombinationen die mir gut gefallen ähm ich hab den Eindruck auch lasst mich das wissen wenn ihr das anders seht dass ihr das sowieso ganz gerne habt wenn ihr so eine Kombination bekommt die jemand anders schon fertig zusammengestellt hat und die haben wir dann immer als Fettquart als halbe Meter und als Meter und damit kannst du natürlich ganz tolle Krillprojekte und so äh umsetzen ähm bitte Painfulfine ja sehr gerne wascht ihr die Stoffe immer vor? fragt die Ute nein ähm stimmt nicht zieh zurück ähm grundsätzlich ist es bei Patchwork Stoffen so dass die eine Qualität haben die du nicht vorwaschen musst die kannst du einfach vom Ballen ab verwenden die bluten nicht aus ich habe die Erfahrung gemacht ausschließlich mit Rot dass das ein Problem sein kann nicht dieses Rot also dieses Rot Uni von Art Gallery da passiert gar nichts ähm aber in diesem jetzt habe ich hier gerade dieses Kissen dieses Rot von Moda das öfter in den ähm Bonnie und Camille Serien ist da habe ich es schon selbst erlebt und auch bei einer Freundin dass der ausgeblutet hat und seitdem wasche ich den vor also wenn ich roten Stoff von Moda habe wird der vorher eine Runde durch die Waschmaschine drehen ansonsten würde ich dir auch immer diese Schmutzfangtücher empfehlen äh wenn du ähm etwas äh Neues in die Waschmaschine schmeißt ein ganz anderes Spiel sind Bekleidungsstoffe Bekleidungsstoffe nähe ich äh 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 wasche ich immer vor immer 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 weil die ähm nichts ist ärgerlicher du nähst etwas und du schmeißt in die Waschmaschine und dann läuft es ein das ist total ärgerlich und ähm ganz wichtig auch wenn du zum Beispiel Rayon verwendest das ist ja etwas was es neuerdings immer häufiger gibt wasch das sogar mehrfach vor also ich habe Rayon Stoffe schon manchmal zwei, drei, vier Mal in die Waschmaschine geschmissen bevor ich äh es genäht habe weil der immer noch weiter eingelaufen ist also Rayon ist wirklich ein Biest wenn du es nähst ähm jetzt muss ich mal kurz gucken kurze Frage zwischendurch ich wollte die Jule nähen und die die Videos anschauen aber ich habe den ersten Teil nicht gefunden habe ich ihn übersehen ich glaube Jule haben wir schon auf ich stelle sie mir Fragen ähm wir sind wir waren irgendwann mal auf Instagram und sind dann zu YouTube gewechselt ich bilde mir aber ein wir haben nicht innerhalb eines Schnittmusters gewechselt sondern wir haben am Anfang gewechselt wenn ich jetzt mal wüsste was das erste war ich bilde mir ein Jule ist komplett hier schon auf YouTube aber ich schwöre da jetzt nicht drauf ähm Madeira Monofil ja Madeira äh ja das ist das das ich benutze das ich gut finde äh wie gesagt ein paar Rollen waren ins Shop es ist nachbestellt aber es ist im Moment ein Graus egal was man bestellt alles ist immer weg zum Thema Garn bevor ich jetzt hier völlig abgelenkt bin wenn du weder äh ständig den Faden wechseln willst und so viele Garnfarben zu Hause hast noch auf das durchsichtige Garn wechseln willst dann gibt es zwei grundsätzliche Tipps beim Patchworken generell das gilt auch fürs Quilten äh sind ja hier diese zum Beispiel hier jetzt auch diese diese Steppnähte die du später sehen wirst ähm da würde ich dir zwei Farben ans Herz legen die ich ähm als total universal empfinde das gilt auch für die Overlook äh ich habe am Anfang gedacht schwarz und weiß sind die Klassiker das stimmt nicht die Klassiker sind Beige und Silber diese Farben sind so universell und ähm die Farben verschwinden mit dem Hintergrund die nehmen sich sehr zurück also wenn du hier mit sehr vielen Farben arbeitest du möchtest nicht das Garn wechseln du möchtest aber trotzdem keinen super sichtbaren Akzent haben nehmen Beige oder Silber das sind äh also davon würde ich grundsätzlich dir empfehlen immer eine Rolle im Haus zu haben das ist perfekt für Patchwork Projekte aller Art wenn es auch später ans Quitten geht ähm der erste Teil der Jule ist privat schreibt die Ute oh das ist ja mal ein wichtiger Hinweis äh ich glaube ich muss doch mal gucken was da ist für solche kleinen Zuschnitte ist auch ein Rotating Netz super das stimmt liebe Ute das ist ein hervorragender Tipp ähm und zwar den greife ich jetzt einfach mal auf beim Patchwork das ist aber jetzt schon fortgeschritten okay also das ist jetzt kein Tipp wo ich sage okay du nähst deine zweite Decke das sollst du haben unbedingt aber was äh auch irgendwann ein hervorragendes Investment ist sind diese Matten die sich drehen können äh jetzt habe ich es auseinandergebrochen ich kann es aber mal eben zeigen wenn du also dir jetzt nicht den Arm brechen willst und du möchtest äh Teile zuschneiden dann kannst du ohne deinen Quiltblock zu bewegen immer das Lineal drehen du kannst also hier schneiden da schneiden Ecken korrigieren also wenn du sehr viele Teile korrigieren 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 das ist so ein so eine Rotating Matte eine super Sache ähm Leinen bitte auch vorher waschen ja Leinen äh läuft ein sehr bei Baumwolle Leinen also da geht es ein bisschen darum möchtest du verhindern dass es einläuft dann kann vorwaschen ja eine gute Sache sein oder ähm möchtest du hast du Angst dass es ausblutet und ähm wenn es nun ums ausbluten geht beim Patchworken ist das Einlaufen ja nicht das Problem weil es würden ja alle Stoffe gleich einlaufen also das ist ja durchaus etwas was man beim Patchworken auch möchte diejenigen die mit Baumwollfleece arbeiten dazu gibt es übrigens in dieser Woche eine YouTube Folge da die zieht sich ja dann zusammen ne das Flies läuft da ein bisschen ein und dann schrumpft das alles und das ist auch durchaus ein Grund warum viele sagen benutze auch Baumwoll Garn weil das im selben Verhältnis einläuft wie ähm der Stoff Polyester der Garn läuft ja nicht ein ähm ja dann äh ist das äh nicht wichtig ob der Stoff einläuft oder nicht ähm einfach dann ist Tanja schreibt ja Fangtücher und gutes Farbwaschpulver das kommt bei mir immer mit den Patchworkarbeiten in die Waschmaschine ja ich bin da auch ein großer Fan von so Freya guten Abend sag ich mal ich komme grad von der Arbeit liebe Freya mein Gott du hast aber eine lange Schicht schön dass du bei uns bist so der Alex schreibt guck mal der Alex weiß das schon wieder der Alex weiß immer alles wir haben beim Juli Livestream Probleme und haben ihn nicht hochgeladen so war das guck mal ich kann mich da schon gar nicht mehr dran erinnern danke Alex ich wusste es nicht so Beate möchte wissen wie das um den ersten Teil steht das ist jetzt echt ein bisschen doof ne dass man den nicht sehen kann ähm ich versuche das mal mit Alex zu beratschlagen wie wir das lösen äh Ursula sagt Alex das war doch das erste Mal parallel auf YouTube und Instagram war das so? haben wir beide parallel gemacht? oh Gott das war diese legendäre Folge wo ich vergessen habe ähm mein Stromkabel anzuschließen und auf einmal war die alle weg war das diese Granatenvorstellung von mir? ich habe hier schon so ein paar echte Stunts gemacht ha da schreibt der Alex du alte Petze da schreibt das genau und Barbara hatte vergessen den Laptop und den Strom anzustöpseln und da war das Streaming irgendwann weg genau so ist es passiert nein ha ich möchte das korrigieren zum Glück habe ich einen Alex in meinem Leben der mich seitdem immer dran erinnert Barbara steck mal einen Stecker an deinen Laptop ähm wenn das so weiter geht muss ich nächstes Jahr anbauen Jessica anbauen ist schön den auch oder du nähst das jetzt alles weg über den Winter und dann hast du wieder Platz ist so ein frommer Wunsch nehmen wir jetzt alle mal vor klappt nie aber egal ähm Silke schreibt ich nehme eine kleinere Matte DIN A4 wenn ich was drehen muss ähm ist das die die ich jetzt gezeigt habe? Fliederfaden schreibt mir gefällt Paintbrush am besten ja mir auch wenn ich mir einen Uni aussuchen müsste mit dem ich von hier nur noch arbeite würde ich Paintbrush nehmen ähm ich mag die diejenigen die die Box haben können zum Beispiel mal an dieser Farbe fühlen diese Farbe ist Paintbrush ich finde das ist eine wunderschöne glänzende Baumwollstruktur die ganz ganz toll zu vernähen ist die Stoffe von Art Gallery zum Beispiel das Grün die haben die sind ein bisschen flutschiger die sind dünner die haben nicht so eine Baumwollhaptik die glänzen wunderschön also ich finde Art Gallery auch wirklich schön und bevor ich Paintbrush kannte waren die meine erste Wahl aber Paintbrush schlägt Art Gallery in meiner Welt jedenfalls ähm besser Baumwollgarn grundsätzlich sagen die Patchwalker ja nähe mit Baumwollgarn weil es im selben Verhältnis einläuft wenn ich ganz ehrlich bin ich nehme das passende Garn also mir ist es wichtiger dass ich die passende Farbe habe und wenn ich dann einen Jütermann Polyester Garn habe nehme ich das also ich bin da beim Quillten nicht wenn es an das Quillte an der kompletten Dacke geht wechsle ich tatsächlich auf Baumwollgarn aber wenn es so kleinere Projekte sind bin ich da ehrlich gesagt nicht so wirklich ähm Ute fragt könnte man bei Jule, Pecker und Co. nicht Kurzvideos machen? das ist ehrlich gesagt mein Wunsch weil ich weiß es gibt Leute die haben keine Lust auf ewig langes Geschwafel in einem Solong das ist ja an sich auch ein ganz anderes Format uns geht es ja hier um was anderes ähm wir haben ja hier auch gleichzeitig noch Austausche und Fragen beantworten und so finde ich auch gut so ähm ähm aber ähm diese Kurzvideos fände ich schon ziemlich cool wir haben das tatsächlich in der Produktion noch nicht geschafft äh es gibt zwei Ausnahmen die ich jetzt mit dem Nähpark gedreht habe die kommen im August und zwar ist das einmal die Sophie die Vinyltasche und zum anderen ähm Amy die Kabeltasche die habe ich Schritt für Schritt dort äh in dem Videoraum vom Nähpark genäht und ähm die wird die wird es quasi als Schnellvideo geben äh ganz so schnell sind die glaube ich trotzdem nicht aber als ungefähres Schnellvideo ähm wir haben es halt tatsächlich noch nicht geschafft wir haben in letzter Zeit sehr 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 viel Videos gemacht zu verschiedensten Themen und ähm ja da ist das so ein bisschen unter die Räder gekommen Monika Stoll schreibt ich bin totaler Nähanfänger Moni das waren wir alle mal jeder Einzelne der sich hier tummelt hatte mal von ganz vorne angefangen und insofern ähm das ist äh du hast noch so viel Schönes zu entdecken genieß den Ritt und äh wenn du eine Frage hast dann helfen wir dir jederzeit Silke schreibt keine Drehmatte sondern eine einzelne kleine ich habe das vorhin schon angesprochen dass wir ähm diese kleinen Matten haben ich hoffe ab Ende der Woche vielleicht auch ziemlich Ende der Woche sind sie da ähm die äh die äh die nur so groß sind die sind total praktisch und ähm ich hab die so gerne neben der Maschine die haben wir ähm bestellt für den Shop die sind auch echt günstig die sind äh die kann man wirklich für kleines Geld kaufen und das finde ich super äh Alessia schreibt den Unterschied kann man tatsächlich fühlen ich finde auch mhm Silke schreibt ich hab seit Juli auch das Abo und bin ganz begeistert von deinen tollen Box Silke vielen Dank ich freu mich äh die werden mit ganz 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 viel Liebe gepackt so viel kann ich dir sagen und ähm ich freu mich riesig wenn sie euch gefallen und alles war schwer bevor es einfach wurde ja liebe Beate zitierst du jetzt mich oder ist das auch dein Spruch weil ich sag das ganz oft ähm das äh ja macht euch nicht verrückt wenn irgendwas ganz neu ist das war's für uns alle mal irgendwann und ähm ja ich kann mich auch noch gut an die Zeit erinnern wo ich so ein bisschen hilflos vor so vielem stand und das ist auch der Grund warum ich ähm mir das so am Herzen liegt dass ähm ich ähm helfe wo ich kann ähm mit mit äh hier mit Fragen beantworten oder mit live nehmen oder auch wenn ihr uns E-Mails schreibt äh indem wir Fragen beantworten ähm ähm ja ich möchte euch helfen so gut äh ich kann Kerstin schreibt ich hoffe die Frage ist Karje du wirst okay sagen findet das Näh-Event im September statt das wäre toll liebe Kerstin wir haben das Näh-Event vor zwei Wochen abgesagt sehr sehr schweren Herzens wir haben ähm zum jetzigen Zeitpunkt nur die Menschen informiert die einen sicheren Platz gebucht hatten haben äh haben äh dort eine E-Mail mit einer Videobotschaft rausgeschickt wo wir erklärt haben warum wir abgesagt haben das tut mir so weh dass wir das abgesagt haben aber wir haben keine Wahl gehabt ähm ähm weil ähm in Bayern gelten relativ harte Regeln wir hatten große Sorge dass wir im Herbst ähm ja so etwas wie eine kleine zweite Welle bekommen es bahnt sich ja im Moment auch nach der Urlaubszeit wenn man sich die Corona zahlen an schon so ein äh bisschen an dass die Zahlen wieder nach oben gehen und ähm wir hätten nicht mehr zurücktreten können in dem Moment weder die Menschen die ihre Zimmer gebucht hätten verbindlich beim Hotel noch wir mit dem Hotel das heißt wir wären auf einem riesen Haufen äh äh Gelder hängen geblieben die wir hätten bezahlen müssen euch aber natürlich trotzdem den Betrag hätten erstatten wollen und müssen wenn ähm ähm äh wir die Veranstaltung nicht hätten durchführen dürfen und ähm das war für uns am Ende ohne Alternative und es war auch relativ klar dass wir ein Nee Event in jetziger Zeit nicht gut durchführen können wir hätten die Teilnehmerzahl so nicht hinbekommen und die Plätze waren ja verbindlich gebucht wie hätten wir denn sagen sollen ähm du darfst und du nicht also wie geht denn das das geht gar nicht und ähm und dann hätten alle Masken tragen müssen und ähm wer mich kennt weiß ich nehme verdammt gerne Menschen in den Arm die ich gern habe ich hätte niemanden in den Arm nehmen dürfen niemanden und das ist das das gilt doch nicht also ich möchte das nicht also es haben viele Gründe dagegen gesprochen und das ist so eine harte Entscheidung weil wir haben so viele Monate wirklich Monate im Grunde ein Jahr das Kulikulativ ist vor wenigen Tagen ein Jahr geworden äh wir haben ein Jahr uns auf diese Veranstaltung vorbereitet und wir hatten so tolle Ideen ähm ja aber wir wollten dass es toll wird oder wir verschieben es und ähm ja all diese Gründe haben dazu geführt dass wir es verschieben es wird wenn alles gut geht und wenn Corona uns lässt wird es im nächsten Jahr zwei geben das heißt äh eine mehr im Süden eine mehr im Norden das heißt wer dann dabei sein will ist aufs herzlichste willkommen und ich hoffe dass wir dann diese Veranstaltung so machen können wie wir uns ähm das immer gewünscht haben was wir aber machen und das kann ich schon mal verraten es wird ein virtuelles Alternativ Event geben bei dem ihr alle mitmachen könnt die wollen da wird es auch im Patchwork gehen und äh wir werden miteinander nähen und haben uns da was tolles ähm überlegt und äh ich freue mich riesig wenn ihr alle dabei seid und eure heiße Liebe zu Patchwork entdeckt oder wiederentdeckt wie auch immer das wäre absolut toll ähm Tanja schreibt ich bin so traurig dass es nicht stattfindet ich auch ähm aber es gibt ein Solong Digital an dem Wochenende ja Jessica wir werden virtuell miteinander nähen und wir werden ihr die hier seid wisst ungefähr wie sich das anfühlt wenn man virtuell miteinander näht wir werden das tun über einen gewissen Zeitraum werden wir gemeinsam nähen Anne schreibt ich wünsche mir alle Schnitte Videos auf YouTube eben auch die die am Anfang gegen die Technik verloren haben das ist eine schöne Umschreibung meine Situation mit der Technik kurz oder lang egal ganz liebe Grüße liebe Anne dein Wunsch soll uns ähm leiten wie sagt man das richtig du weißt was ich meine also Sophie werden wir jetzt in gewisser Weise nachholen über das Video mit dem Nähpark da könnt ihr im Kanal des Nähparks die Sophie mit mir nähen und dann fehlt uns ja glaube ich nur die Lene und der erste Teil der Jule oder dann haben wir mindestens schon mal alles irgendwie abgedeckt kriegen wir hin mhm jetzt muss ich einmal nochmal kurz mitnehmen Kerstin ist beim Alternativ Event dabei das finde ich super toll Alessia Juhu wieder im Norden letztes Mal habe ich es nicht nach Hamburg verschaut ganz so nördlich wird es dann doch wieder nicht aber tendenziell Norden okay ähm kannst du die Nummern von den Aurefilgarden Beige und Silber nennen Silber hat die 2600 also 2600 und Beige hat 2311 ähm es gibt aber auch links und rechts davon so ein paar also in der Farbkarte gibt es mehrere Silber und mehrere Beige Töne und die sind auch in Ordnung geh nur nicht zu dunkel also das hier verschwimmt einfach ähm mit jeder Farbe also das ist eine relativ dezente Farbe so Beige kannst du das ist easy ähm Renate sagt Fimi Videos finde ich klasse da können wir einfach dabei sein wir arbeiten daran auf Hochtouren sogar ähm Susanne fragt welches Wochenende ist das im September ja der Ursprungsplan war das Wochenende zu nehmen das wir mit dem Kilt Kollektiv machen wollten das war 11. bis 13. September das was wir jetzt machen werden wird sich auch in einen längeren Zeitraum ziehen weil wir nicht davon ausgehen dass ihr Tag und Nacht drei Tage lang nähen wollt äh wir ziehen das ein bisschen in die Länge aber das wird super Veronika schreibt Münster wäre toll es wird ein Schlag nördlicher Leben Veronika ähm wir haben da schon eine Location das ist ja unglaublich wenn man solche Veranstaltungen macht dann musst du manchmal zwei drei Jahre vorher die Location mieten damit du überhaupt noch einen Platz bekommst die sind völlig verrückt aber äh wir haben was und das haben wir auch letztes Jahr schon geblockt also das ist uns sicher das ist oh Gott jetzt jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis Richtung Bielefeld Paderborn nagel mich bitte nicht drauf fest ich kann es nicht mit 100%iger Gipsheit sagen Heidemarie sagt meine meistgenutzten Garne meine auch du siehst ja auch die ist immer irgendwie schon wieder halb leer ähm ich schließe mich ein Jessica schließt sich das ganze Wochenende mit uns ein fühle ich gar nicht so uncool Anne sagt den Norden wartet aber auf dich es grüßt Hamburg vielen Dank wir waren letztes Jahr im wann wartet das war das im November mit dem Kühlkollektiv in Hamburg ach wenn das wenn Corona uns lässt sehen wir uns alle wieder zu verschiedensten Gelegenheiten ich schwöre so was wir aber jetzt noch machen neben unserem ganzen Geschwafel hier ähm wir schneiden noch einmal wir haben ja jetzt schon Hauruck hier unsere Petals ausgeschnitten und das will ich doch jetzt nicht versäumen ich arbeite mich hier mal gerade durch die Reste aus Effizienzgründen ich bin ja ein Resteverwerter durch und durch dasselbe kannst du natürlich auch mit deinem Vlies machen das kannst du natürlich ganz genau so im Stapel zuschneiden ich muss das nur einmal eben akkurat auslegen sonst wird das hier alles nix so ich mach jetzt mal meine Kamera wieder nach unten uh sie stürzt ab seht ihr das also ich muss jetzt erstmal diese Fransen abschneiden weil die machen uns ja alle gekloppt so also du kannst also jetzt hier genau so dein Petal auflegen und äh ich mach mal ganz am Rand so und da habe ich jetzt vier Lagen auf einmal das ist bei den Vlies jetzt erheblich leichter aber das ist tatsächlich ähm so da habe ich jetzt einen ganzen Schwung zugeschnitten und das machst du natürlich im ich mach nochmal hoch, dass wir uns auch sehen so das machst du bitte in genau demselben Verhältnis wie Petals, okay? also du brauchst genauso viel passen was ist denn das jetzt hier irgendwas ist immer so pass auf Petal Dings ja das müsste im selben Verhältnis sein du brauchst genauso viel Dacken wie davon ähm da kannst du jetzt um dein Muster zu gestalten dir überlegen welche Farben möchtest du benutzen äh mit diesen Größen spielen beim Kisten würde ich dir wie gesagt die drei kleineren empfehlen ansonsten wenn du sagst ich mach das auf einem Quilt oder wie auch immer oder ich mach das nur in eine Ecke ich lege das so ein bisschen aus ähm nimm auch die größere Schablone gar keine Frage und dann möchte ich dir jetzt einmal erklären wie du sie zusammen nähst das ist super super simpel du legst und der Teil irritiert aber lass dich nicht irritieren das gehört so du legst die Klebeseite des Flieses ja das ist ja ein aufbügelbares Flies auf die gute Stoffseite das ist das was wir normalerweise niemals machen normalerweise kommt das Flies mit der Klebeseite ja immer auf die Rückseite des Stoffes in diesem Fall ist das anders du legst die beiden Teile aufeinander und steckst sie mit einer Nadel fest okay das ist das was wir tun dann gehst du an deine Nähmaschine und bevor ich hier den Wahnsinn gestartet habe hab ich doch mal ein Probestück genäht guck mal also dann gehst du an deine Nähmaschine und nähst warte ich kann es hier besser zeigen einmal drum herum mit deinem Patchwork Fuß wenn du keinen Patchwork Fuß hast kannst du das in dem Falle auch einfach mit deinem normalen Nähfuß machen in dem Moment wird dein Pettel kleiner weil das ja mehr als 0,6 cm ist das ist aber ja nicht weiter dramatisch du nähst also einmal drum herum was ich dir unbedingt empfehlen würde ist nicht an einer Spitze anzufangen sondern mittendrin du musst nämlich und das macht man normalerweise beim Patchwork nicht so am Anfang und am Ende deine Naht verriegeln das macht man im Patchwork normalerweise nicht dann nähst du und verriegelst nicht weil du immer wieder mit Quellenäten wieder drüber läst und sie fixierst in diesem Fall machst du das und wenn du die Ecke nimmst zum Startpunkt dann hast du erstens so einen Knuddel am Ende der Ecke und zweitens wirst du nicht Ecke, Spitze wir reden mal über Spitze okay dann den Rollschneider sichern gehst du alles gut es wird keine Verletzten geben jedenfalls nicht auf dieser Seite des Tisches was hängt von ihr so an so, wo waren wir? alles klar du nähst entlang entlang fängst irgendwo in der Mitte an verriegelst ein bisschen vor und zurück nähst entlang wenn du an eine Ecke kommst lässt du die Nadel im Stoff hebst den Nähfuß drehst das Ganze so dass du sauber in die Gegenrichtung wieder weiter nähen kannst und nähst weiter diese Ecke und dann guckst du dass du am Ende hier wieder drauf triffst und das verriegelst okay so geht das ganze Spiel super einfach du lässt keine Wände öffnen du nähst einmal um den ganzen Zauber rum okay was du dann machst und das geht am besten mit einer Schere wo ist meine? hei was ist denn das für ein Sauschrein hier Barbara? ach guck mal ich hab eine also das ist die große aber die tut ihr nichts was du dann tust ist du schneidest relativ eng an der Spitze ab was du aber nicht machst ist so nah schneiden dass ähm dass die Naht keinen Stoff mehr dahinter hat weil dann wenn du sie im nächsten Schritt ausformst wird sie durch wird sie es durchstechen und dann kannst du dein Petal nicht mehr gebrauchen also du schneidest relativ knapp an was ich immer gerne mache ist ich schneide von hier ab quasi zur Ecke hin auf beiden Seiten und nehme dann nur noch so dieses kleine Mittelding weg ich habe also jetzt kannst du das sehen? doch andersrum kann man es sehen siehst du wie viel ich ungefähr habe stehen lassen? wo ist die Kamera da? ja also das muss nicht mega akkurat sein aber enger als so sollte es nicht sein dann schneidest du einmal ringsherum die Nahtzugabe ungefähr um die Hälfte zurück wenn es an die Ecke geht wirst du wieder etwas enger damit die Ecke ein bisschen schöner sich ausformt und machst nochmal diesen kleinen Zippen hier weg das machst du jetzt einmal rundherum zwei Dinge kannst du noch tun um ein besseres Petal zu erzeugen das ist ein Kann und kein Muss ok? wenn du mit kleinen Schnitten hier so ein bisschen noch reinschneidest und noch hier achtest du bitte peinlich darauf dass du dich nicht mal im Ansatz deiner Naht näherst also ich mache das nur an den Stücken wo ich ein bisschen mehr Stoff habe stehen lassen dort schneide ich das dann ein bisschen ein das führt dazu dass das Vlies sich in dem nächsten Schritt ein bisschen schöner anlegt ok? das zweite was man machen kann ist du schaust dass du nur das Vlies erwischst und schneidest das Vlies ein bisschen mehr zurück als den Stoff das führt dazu dass es gleich beim Wenden sich ein bisschen schöner nach unten rollt es ist aber auch gleichzeitig ein bisschen fummeliger und das geht dann ein bisschen besser mit einer solchen Schere die eigentlich fürs Sticken gedacht ist da kommt man ein bisschen feiner an solche Projekte dran ok? da kannst du dann das Vlies ein bisschen mehr zurückschneiden als den Stoff wenn du das genäht hast ja das ist also bis hierhin relativ simpel ich guck nochmal eben gibt's Fragen bis hierhin Anke schreibt ich bin in dieser Zeit auf lange Oog und ein kleines bisschen egoistisch und froh dass ich es trotzdem ein wenig dabei sein kann Anke das ist schön meinst du den Solo oder meinst du heute? Silke ist für den Treffen im Süden Heidemarie verreist gerne Kerstin will für München werben ich finde München wunderschön aber München ist so ein Schlacht teuer muss ich leider sagen Eva fragt komm Aurifil gerne in deinen Shop ich habe diese Woche mit denen nochmal gesprochen weil erstens mag ich die ich nähe sehr gerne mit Aurifil und auch schon ich habe vor vielen Jahren schon einen langen Blogpost darüber geschrieben und bin ein großer Fan und du siehst es ja auch hinten an der Wand und es sind so einige Aurifil bei mir es haben mir aber auch viele von euch geschrieben dass ihr die total gerne habt ich habe jetzt relativ in den Anfängen einen kleinen Bogen im Aurifil gemacht weil die nicht lieferfähig waren die haben in Italien aufgrund von Corona ihre Firma geschlossen und es war alles ausverkauft es gab nichts und was hilft mir ein Garnanbieter der mir nur so komische Farben wie dunkelgrün Metallic liefern kann die sonst keiner will und nicht die Farben die man eigentlich so richtig gerne haben möchte ähm also insofern ähm Aurifil ist eine Option vielleicht hoffentlich bald wir müssen sehen ähm Susanne schreibt also ein Viertel Inch ja du nähst ein Viertel Inch rum und schneidest dann auf ungefähr ein Achtel Inch Pi mal Daumen zurück wie verriegelst du hin und her oder auf der Stelle verriegeln bedeutet ein paar Schritte zurück also du nähst vor und zwei Schritte vor zwei Schritte zurück versuchst deine Ursprungsnaht zu treffen und nähst wieder vor dann hast du quasi deine Naht doppelt gesichert also nicht zur Seite das würde das äh die Form der Form schaden du nähst vor und zurück und genau dasselbe machst du am Ende wieder triffst auf deine Ursprungsnaht und gehst wieder so ein paar Stiche vor und zurück Anne schreibt liebe Barbara du schaffst mich oh wie schaffe ich das denn ich hab ja Talente ähm hab mir gerade erst den Bingo berüchtigten schmalkanten Dingsdafuß bestellt ok also der nächste ja Anne ich mach das ausschließlich weil ich dich glücklich machen möchte und ich der festen Überzeugung bin dass ich das gut kann indem ich dir ja Qualität empfehle beide Nähfüße sind wirklich ihr Geld wert ähm die Fee ist bei uns hallo Fee Fee ist ähm die Freundin meiner Kinder und ein großer Fan meines YouTube-Kanals finde ich super Fee Grüße an Fee ähm Anna schreibt dann komm doch nach Niederbayern da ist es günstig und es gibt viel Platz äh war das Niederbayern wo oh Gott jetzt habt ihr nicht mehr gehört können und Geografie und ähm wo waren wir denn war das nicht Niederbayern was wir ursprünglich ähm ähm geplant hatten ist die Thula Pink Schere dafür geeignet auf jeden Fall ist die Thula Pink Schere dafür geeignet ich weiß noch nicht wo meine ist gerade jetzt hast du mich ähm da wollte ich mich für die Thula Pink Schere bedanken denn die ist super präzise beim einsteigen yep die ist super das ist ein ganz tolles Ding so Moritz ist heute nicht da Moritz ist ja unser unser ähm unser YouTube Maskottchen so ein bisschen und Moritz ist heute nicht da dann springt die Fee ein das finde ich toll also was haben wir jetzt gemacht wir haben jetzt hier einmal rumgenäht habe ich alle Fragen beantwortet habe ich irgendwas vergessen also ganz ehrlich natürlich ist die Thula Pink Schere super meint ihr ich lege euch Quatsch in die Box ich lege da nur das Beste rein nur das was ich richtig richtig toll finde so also was wir dann als nächstes machen wir haben ja jetzt drüber rumgenäht das Petal an sich mein Gott ich habe erworben die Quote ähm das Ding ist an sich ja geschlossen was tue ich denn hier morgen haben wir ein Rollkragenpulie okay dann läuft das hier ein bisschen runder also wir haben das Petal an sich jetzt komplett geschlossen wir müssen es jetzt wenden was wir dafür machen äh wir ziehen das so auseinander so und dann schneiden wir nur in die Rückseite ich sag's nochmal für die die zwischendurch jetzt am Kühlschrank waren wir schneiden nur das Vlies von der Rückseite auf gar keinen Fall die Vorderseite dafür ziehen wir das so auseinander und dafür kannst du jetzt du kannst jetzt einfach so hier so eine Spitze reinschneiden dann hast du so einen Schnitt okay und das ist unsere Wendeöffnung und jetzt ergibt das doch alles einen Sinn ähm bin eigentlich Anfänger äh wie ich eigentlich auch gezeigt wie das überhaupt geht mit dem Patchwork oder nur die Sachen verkauft liebe Monika ähm ich bemühe mich sehr darum dir auch die Sachen zu zeigen ähm ich habe dir hoffentlich bis hierhin das empfohlen was ähm sehr hilft wenn du diese Projekte angehst äh damit du adäquat ausgestattet bist weil das schon sehr sehr frustrierend ist wenn man ähm da irgendwie die nicht das Richtige im Haus hat und ich bin dafür eher mehr äh eher weniger und dafür das Richtige und deshalb spreche ich hier über die Dinge die ich richtig gut finde ähm ich hoffe dass ich dir aber jetzt wie du Monika auch zeigen kann wie man so ein Petal macht und zwar habe ich das jetzt durch diese Wendeöffnung gewendet okay wir haben also jetzt auf der Rückseite diesen Schlitz und ähm jetzt kannst du zwei Dinge tun du kannst äh das so ein bisschen rollen ja und äh damit dafür sorgen dass die Nahtzugabe sich schön anlegt das wirst du gleich brauchen damit das schön sich anlegt und das zweite ist du musst die Spitze ausformen das ist immer so eine kleine Sache das ist generell so beim Nähen du brauchst schöne Spitzen an verschiedenen Stellen an Kragen und wo auch immer aber dann hast du ähm das Problem dass du mit einem sehr spitzen Gegenstand wenn du also hier zum Beispiel muss man schon sehr vorsichtig sein man kann jetzt damit die Spitze ausformen aber da muss man schon wirklich aufpassen dass man nicht durchsticht ich persönlich habe seit vielen Jahren diesen Nahtauftrenner hier diesen Klassiker den dieser Ergonomics von Prim gibt es in jedem Nähladen der hat so eine sieht man das so eine abgerunderte Spitze wir haben den den gibt es auch so sieht der jetzt aus das ist der neue davon äh der hat jetzt eine etwas schickere Farbe ich habe noch den alten diesen diesen äh Lilan und das ist so die richtige Form von Spitze der ist spitz genug um eine Spitze auszuformen aber nicht so spitz dass er durchsticht weil er am Ende immer noch diese Kugel hat das ist ein ganz hervorragendes Tool um Spitzen auszuformen finde ich ähm Sabine die Tula Pink Schere war in meinem James du meinst ich sollte mal in meinem James suchen und dann finde ich meine Schere wieder das ist eine super Idee aber ich hatte den James mit in Bayern äh und seitdem ist er irgendwie die Tula Pink Schere gefunden gekommen aber ich finde die schon noch wieder okay pass auf das ist ein Tool eine eine fertige Pette das Ding darfst du nicht bügeln selbst wenn das jetzt fertig ist weil du hast ja jetzt die Klebeseite unten und die brauchen wir gleich noch die würdest du jetzt auf dein Bügelbrett kleben das macht ja nicht so richtig viel Sinn die brauchen wir später um sie auf dem Stoff zu fixieren wenn wir also unser Design ausgelegt haben bügeln wir die fest dann können die beim Nähe nicht verrutschen damit wir sie später schön applizieren können okay was wir jetzt machen in Anbetracht der Zeit ähm Kerstin schreibt Rollkragenpullover bei 35 Grad liebe Barbara das ist so eine ob das so eine gute Idee ist das ist ein berechtigter Einwand ähm Fehmacht Pläne für die Kinder wunderbar hier auf YouTube alles klar ähm ich würde euch jetzt raten oder euch darum bitten äh damit wir morgen zügig weiter nähen können macht eure Pettels näht so viel ihr wollt in den Farben die ihr wollt wenn ihr so ein Muster haben wollt wie ich das ich hab's jetzt zerlegt ich kann's euch jetzt grad nicht mehr zeigen aber ihr habt das ja eingangs gesehen dass das so ein bisschen eine eine Blume oder ein Eiskristall oder wie auch immer ihr das nennen wollt wird ähm näht in diesen drei Größen drei vier und fünf von der Schablone mit den Farben die ihr eben möchtet Farbverlauf dunkel hell Farbverlauf blau grün zu rot äh Lachs also das war jetzt der den ich genommen habe äh ich hab draußen rum noch so ein bisschen den Türkisen genommen macht das wie ihr wollt legt euch das mal schön aus und dann wisst ihr ja äh ungefähr welche Mengen ihr da braucht und ähm ja dann wäre meine Bitte dass alle bis morgen an diesem Punkt sind alle die morgen mit nähen wollen dass ihr die entsprechende Anzahl der Pettels habt dann legen wir die morgen aus ähm wir bügeln die fest wir äh ich zeige euch wie das mit dem Appliqué geht wie man das macht und was da jetzt noch zu beachten ist und ähm ich zeige euch das Binding Tool das zwar ähm ich muss mal kurz nachfragen macht das jetzt so richtig viel Sinn oder ist es sinnvoller dass wir ähm ähm an dem letzten Tag wo wir miteinander nähen quasi das Kissen machen und ich euch dann das Binding Tool zeige dann macht es ja eigentlich Sinn oder sollen wir das morgen eben dazwischen schieben wie hättet ihr das gerne? ich nehme chinesische Stäbchen das ist auch eine gute Idee Hauptsache du hast eine abgerundete Spitze also ich finde etwas was nimm wenn du irgendwas im Haushalt hast was eine abgerundete Spitze hast ist das hervorragend geeignet nimm das und sicher dir das und nimm dir das in der Nähezimmer ich habe festgestellt das hier ist top ähm welche Stichlänge ganz normal 2,5 2,5 der Klassiker rundherum es gibt zum Wenden so ein lila Ding the purple thing das geht auch erhalte ich das nicht mal in den Händen? ich überlege gerade ich habe es aber nicht in meinem ständigen Gebrauch Heidemarie ich frische das nochmal auf Silke schreibt wir machen das Binding am Ende das macht viel mehr Sinn mir ist das gerade auch aufgefallen das macht mehr Sinn also für alle die jetzt denken wow morgen Binding Tool nee morgen kein Binding Tool okay aber es kommt das Binding Tool Indianer Ehrenwort also wir nähen das ja fertig bis es ein Kissen ist und ähm dann zeige ich euch wenn es an das Binding für das Kissen geht wie wir es machen okay dann nähen wir das einfach miteinander so Jessica hat am Donnerstag Yoga und deshalb kann sie nicht mehr ich habe mir bis einschließlich Donnerstagabend Zeit genommen also bis Donnerstag müssten wir hier halbwegs fertig werden äh Olle Grünspan schreibt morgen Fokus auf Appliqué das wäre toll einverstanden morgen bereiten wir Appliqué vor und ich zeige euch wie das geht ich habe in der Anleitung vielleicht könnt ihr euch das schon mal ein bisschen zu Gemüte ziehen das wäre dann eine ganz gute Sache ich habe in der Anleitung so etwas das ist nicht genau dieses aber so ungefähr das da habe ich so ein paar Muster Stiche gemacht da zeige ich wie ein enger Zickzack Stich aussieht wie ein weiter Zickzack Stich aussieht und mein persönlicher Lieblingsstich für diese Zwecke ist dieser ähm du könntest ja in der Zwischenzeit auch nochmal rausfinden ob deine Maschine sowas hat ob die so einen Blanket Stitch hat ähm die Benina Maschinen haben das ähm ich weiß nicht ob alle aber die meisten vielleicht begebe ich mich jetzt auch dünnes Eis vielleicht stimmt das alles gar nicht ähm aber mindestens die Fünfer und die Auroras die Alten hatten das auch finde das raus ob es diesen Stich gibt der ist der beste für dieses Projekt ansonsten kannst du das jetzt auch einfach mit einem ähm Zickzack Stich machen und ich würde dir empfehlen ein Stück Stoff aufzubügeln mit Vlies ähm und einfach mal zu prüfen ähm äh welche Stichlänge und Stichbreite dir gut gefallen würde du kannst ja mal gucken wenn du jetzt hier davon eins hast dass dir nicht so optimal gelungen ist oder die Ecke ist durchgestochen oder passiert ja mal ist ja gar kein Problem dann nimmst du das jetzt einfach mal als Muster und übst mal an einem Petal äh welche Stichlänge und Breite eine gute Sache wären äh und dort ist direkt der erste Punkt der Juli und dort findest du die Schnittmuster zum Juli alle beide und kannst dort einfach draufklicken und jetzt kostenlos herunterladen dann hast du die Anleitung mit allen Tipps und Tricks für Ackikee empfiehlst du für größere Quilts den fast weißen Stoff aus der Juli Box oder nimmst du andere für deine schönen Quilts du meinst einen Quilt mit weißem Hintergrund ich habe schon sehr viele verschiedene Farben verwendet ich habe diesen Ton hier genommen der heißt Snow weil der nicht ganz so hart ist in der Farbe das ist ja ein abgetönter cremigerer Weißton und ich finde auf einem also das ist ja jetzt richtiges Weiß und wenn du da jetzt die Farben drauflegst dann sieht das relativ hart aus im Kontrast wenn du die Farben aber auf diesen Cremeton setzt dann wirken die finde ich schöner deshalb habe ich diesen Cremeton genommen was du nimmst ist dir überlassen wenn du ein größeres Projekt findest dieser Ton heißt Snow also wenn er dir gefällt das ist er es gibt einen von Art Gallery der heißt Linen der ist sehr schön es gibt von Moda Bleached White ist sehr schön also es gibt von allen Herstellern egal wo du die kaufst wirklich gute Stoffe ich nutze relativ selten Reinweiß weil die doch ein bisschen hart sind ich mag diese leicht abbetönten Töne persönlich lieber Petra schreibt braue nicht zu probieren meine kann nur geradeaus Petra auch damit wirst du dein Pettel festgenäht bekommen alternativ kannst du aber auch einfach mit der Hand annähen das ist auch eine super schöne Geschichte abends irgendwie bei den Nachrichten vom Fernseher keine Ahnung mit der Hand die annähen dieser Stich hier den ich persönlich so gerne mag der heißt Blacked Stitch bei Benina ich bin mir nicht sicher ob das bei allen so ist bei meiner Benina ist es die 720 guck mal einfach durch die Stiche durch in der Anleitung ob du einen Stich findest der so aussieht warte wie muss ich das halten dass ihr das sehen könnt der ganz äußere das ist der Stich der am schönsten aussieht bei Appliqué mhm welche Nummer hat der Stich bei Benina bei meiner 720 ich bin mir nicht sicher ob das bei allen Beninas dieselbe Nummer ist aber du kannst dich da durchs Menü klicken und du wirst ihn irgendwann finden mhm Alessa schreibt juhu ein Pettel geschafft und wieder viel gelernt also ein erfolgreicher Abend ja ich hoffe also ich hoffe ich hab euch allen ähm Off-White von Mofa war es toll Moda hi da Mari du meinst Moda oder ja ist auch ein sehr schöner Weißton ich hoffe sehr ich habe ähm euch ein klein bisschen etwas mitgeben können in diesem allerersten Teil es war sehr generell rund um Patchwork ähm aber auch äh vielleicht war irgendwas dabei was dir auch sonst geholfen hat ansonsten ziehen wir das morgen knallhart durch und machen Appliqué ähm da zeige ich euch dann da gehen wir an die Maschine da zeige ich euch dann an der Maschine wie ähm ähm ja was es da zu beachten geht wie das am besten geht okay ich finde die Farbzusammenstellung immer das schönste beim Quilten Jessica du hast recht also wer Stoffe liebt das tue ich und offensichtlich ihr auch für die das ist das schönste an Patchworken ähm Jessica schreibt dafür gibt es immer die Farbkarten und Barbara hat auch das Farbrat zum ausprobieren ja wir haben so ein Farbrat ähm im äh Shop das hilft aber vor allem dabei ähm rauszufinden wie Stoffe sich zueinander verhalten weil es zum Beispiel immer gut aussieht wenn du äh äh quasi wenn wenn du drei Farben du hast die Farben alle bereits angeordnet und dann nimmst du quasi ähm das Y da raus das sind zum Beispiel drei Farben die immer sehr gut funktionieren die direkt gegenüberliegenden Farben funktionieren gut die beiden Nachbarfarben da hast du dann ein Farbspektrum also der Farbfächer hilft sehr dabei für ein Projekt schöne stimmige Farben zu finden ähm Kerstin schreibt bei der Benina 335 ist es die 107 und die 108 ähm meine Lieben ich hoffe dass ähm Sabine schreibt die Nummern sind bei der Benina gleich es gibt manchmal nicht alle also Kerstin schrieb gerade bei ihr so ist die 107 und 108 es ist egal ihr wisst jetzt wie der aussieht der Stich sucht den doch bitte alle schon mal ja das ist der Stich ja den wir alle suchen bis morgen und wir bereiten ein paar Petals vor okay ähm Anne schön dass du dabei warst vielen Dank für deine lieben Worte wir sehen uns morgen Heidemarie es ist mir immer eine Freude Renate Lietzester Gabriella ich danke euch allen fürs dabei sein liebe Susanne liebe Fee liebe Tanja liebe Jenny Sabine Ilka es ist mir eine große Freude ähm wir sehen uns morgen dann geht's ans Appliqué und ähm ja wir sehen uns macht euch einen schönen Abend ich werde jetzt mal ein bisschen Abendbrot essen ich hab ein bisschen mehr und äh ja morgen geht's ans Eingemachte habt einen wunderschönen Abend wenn ihr noch Fragen habt bringt die morgen mit ich beantworte die so gut ich kann und äh bis dahin mwah tschüss ihr Lieben ein bis dahin ist ein schritt ein schritt ein